Einen wunderschönen guten Tag wünscht euch Mats Leutner. Ich sitze hier zusammen mit Robin Schweiger. Guten Abend, Robin. Hallo. Und wir beide sind 100% von die Ratsherren, eurem Lieblingspodcast, wenn es um das Beantworten von Fragen geht. Denn Fragen haben wir alle. Wir haben Fragen zum Wetter, Fragen zu unseren Finanzen, Fragen zu unseren Freunden, Fragen zum Essen, Fragen zur Welt, warum sie denn flach ist. Wir sind wirklich sehr, 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 sehr gut informiert, muss man an diesem Punkt mal wirklich sagen. Ich habe gerade erst Gods of Egypt geguckt. Ich weiß nicht, warum die Welt flach ist. Ja, so. So könnt ihr nämlich schon mal auch nachvollziehen, woher unsere Informationen denn alle kommen. Raph fliegt nämlich mit einem Raumschiff durchs Weltall und baut da so eine Klinge auf die Sonne und dann zieht der die mit seinem Raumschiff auf die andere Seite. Und die Welt ist halt so eine Metallwelt, wie die halt aus Ägypten besteht. Ich finde, du hast ein hervorragendes Beispiel dafür gegeben, wie so die Qualität unseres Podcasts ist. Nämlich sehr hoch. Genau. Wir beantworten Fragen und die Fragen kommen von euch. Ihr schickt uns eure Fragen. Das war das Konzept der ersten Folge und das ist auch das Konzept immer noch dieser Folge. Und ihr reitet uns. Die zweiten Staffel. Die zweiten Staffel. Stimmt, das ist die zweite Staffel, die zweite Folge der zweiten Staffel. Und ihr könnt uns eure Fragen schicken am einfachsten über Mail, diratsherrn at gmail.com, über Twitter, da sind wir at diratsherrn oder über ask.fm slash diratsherrn, da sind wir immer erreichbar und wir lesen auch alles. Also auch wenn wir nicht direkt darauf eingehen oder eure Fragen in dem Podcast nicht auftauchen, wir lesen alles. Wir sind aber meistens zeitlich so ein bisschen eingeschränkter. Wir können nicht alles dran nehmen. Aber es kann auch durchaus passieren, dass Fragen dran kommen, die schon ein bisschen länger oft bei uns auf Halde liegen. Das wird nämlich auch in dieser Folge der Fall sein. Da wird es viel um Beziehungen gehen, um mal so ein bisschen Ausblick zu geben, um perfekte Beziehungen, um nicht perfekte Beziehungen, um perfekte Frauen oder Partner, sagen wir mal, sie war so. Das dürfte sicherlich sehr, sehr interessant werden. Vorneweg möchte ich aber nochmal den lieben Herrn Schweiger mal fragen. Okay, das guckt mich schon so an. Wieso? Wir hatten ja mal damals, ich glaube, war es noch in der zweiten Staffel, in der ersten Staffel? Wenn es irgendwas anderes als die letzte Folge war, dann ja. Dann ja. Dann wird es, glaube ich, Ende der ersten Staffel gewesen sein. Da hattest du ja damals dein Date angekündigt, wo wir drüber geredet haben, ob das im Tierpark oder Aquarium stattfindet. Da kam tatsächlich ein Nachfragen, wie das gelaufen ist. Da sitzen Leute also wirklich sehr, sehr gespannt vor ihren Geräten und warten drauf, dass du diese Frage warnt wurdest. Also Robin, wie ist denn dein Date im Aquarium verlaufen? Das ist gar nicht entstanden. Danke für die Beantwortung. Ja, das war, also mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Das ist halt nicht entstanden. Deswegen ist das keine sehr spektakuläre Geschichte leider. Ja, also auch selbst, glaube ich, die, also wenn man jetzt fragen könnte, warum nicht, ist, glaube ich, so. Ja, weil irgendwann einfach dann doch nicht mehr geantwortet haben. Also das war dann einfach so, ja, nee, dann läuft sich das halt aus. Und weil du eh erst ein, zwei Wochen miteinander schreibst, bist du dann auch nicht unglaublich traurig darüber. Und dann sagst du, okay, und dann geht's halt weiter. Ich wäre halt traurig gewesen, weil ich gerne ins Aquarium gegangen wäre, mal wieder. Ja, das stimmt. Das ist, das ist, das ist, das ist eigentlich der, der größte, der größte, der größte Skandal in der ganzen Geschichte. Sag mal, das richtige Opfer sind eigentlich die Fische. Ganz genau, die Fische, die sich auf mich, ich habe auch mit denen schon angekündigt, sind sie auch, wir haben ja viele Fische als Hörer, das sieht man ja in unseren Statistiken. Fischheiz? Wir haben ja viele Fische als Hörer und die haben sich ja wahnsinnig darauf gefreut. Da wurden ja schon Willkommenspartys geschmissen von den Delfinen und dann sowas. Es gibt gar keine Delfine da im Park, äh, im Aquarium. So ein scheiß Aquarium. Die sind, glaube ich, gar nicht da, oder? Delfine sind die Herren der Fische, Fischherren. Sind Delfine Fische? Naja, die haben Flossen und sind im Wasser. Ja, das ist doch die biologische Eingrenzung. Hat es Flossen und ist im Wasser, dann ist es ein Fisch. Das sind die Merkregeln, die man so hat. Genau. Hat es Flossen schon im Wasser? So hat mir das Kollegah erklärt. Weil Fische sterben, wenn sie an Land gehen. Und wenn Delfine in die Luft springen, dann sterben sie. Dann werden sie auch nicht zu Vögeln, deshalb kann es die Evolution gar nicht geben. Staffel 2. Oh, Kollegah hat ja gerade sowieso einen harten Diss am Laufen. Ja, gegen Delfine. Mit Spongeboss, äh, ich glaube, San Diego ist es im wahren Leben. Hast du diese ganze Spongeboss? Da hast du mir von erzählt, aber ich kenne das nicht. Das finde ich ganz, ganz witzig, weil... Ist das ein ernstzunehmender Rapper, der sich Spongeboss nennt? Pass auf, pass auf. Die Geschichte beginnt bei Julians Block und da weiß man schon, in welche Richtung das geht. Weil Julians Block hatte ja damals diesen Block-Battle, ähm, Julians Block-Battle hieß das, glaube ich, offiziell, wo dann Künstler, ihr, meistens waren Zipp-Hopper, ihren Video-Battle quasi raushauen konnten. Ich fühle mich jetzt schon schlecht dabei, dass wir Julians Block erwähnen und das nicht im Kontext von so einer hohen Sohn ist. Ich muss, ja, ich musste nur diesen Kontext gerade geben, ähm, weil ich, 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 das macht das Ende besser. Okay. So, und diese, diese, dieser, äh, Block-Battle-Kraben, der lief halt eine Zeit und wurde auch relativ erfolgreich. Und dann, äh, gab's, ich glaube, irgendwann vorher schon mal irgendeine Geschichte mit San Diego, weil, äh, ach ja, richtig, Julian macht ja auch diese, diese Hip-Hop. Der heißt Spongeboss und San Diego. Nein, wollte ich gerade, wollte ich gerade erklären. Entschuldigung. Ich wollte, so, pass auf, weil die Geschichte ist eben, dass Julians damals sich ja auch Rap-Alben angehört hatten, die dann super krass hart kritisiert hat, ähm, und damals auch, glaube ich, San Diego, äh, auseinandergenommen hat, weil das alles ganz furchtbar war. Oder der war auf dem, auf dem Kollegah-Album mit drauf, oder weiß der Geier. So, nein, den hat er richtig auseinandergenommen. Ja. Und dann ist in diesem Block-Battle irgendwann Spongeboss aufgetaucht und Spongeboss, äh, ist quasi ein Spongebob. Also, es ist ein Rapper, der hat sich als Ganzkörperkostüm so mehr oder weniger so eine, äh, leicht veränderte Spongeboss, äh, oh Gott, Spongebob-Maske aufgesetzt. Und hat sehr schnell und mit gepitchter Stimme und so und, äh, hat aber relativ, äh, aufwändige Videos gehabt. Also, waren wirklich High-Value. Der steckte richtig gern drin. Hat er irgendwas schon mal von gesehen vor Jahren oder Monaten oder was auch immer wieder. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon gibt. Und der hat dann zweimal dieses Block-Battle gewonnen und hat dann ein Album rausgebracht und es ist auf eins gegangen. Mhm. So, also, der hat wirklich dann ein Musik-Album als Spongeboss gemacht und ist damit in den Charts so. Also, das ist ein bisschen wie die Schlümpfe. Und es gab, ja, genau, es ist, genau, es ist, es ist wirklich, ja, es ist wie die Schlümpfe, nur halt in Gangster-Rap. Also, wenn die Schlümpfe in Gangster-Rap-Album machen würden, wäre am Ende Spongebob-Maske. Oh, je, fuck Deutschrap, ja. Ja, genau, so, genau, das, das dachte ich mir dann auch so. Und, ähm, da gab's früher schon immer wieder so diese, diese Geschichten, ja, wer ist denn überhaupt Spongebob-Maske? Und dann gingen sehr viele, äh, gleich in so einen Bereich, ja, es wird San Diego sein. Ich sag, das ist Kro. Ich sag, das ist Kro ist auch gut, eigentlich, äh, eigentlich sogar besser. Ja, aber wenn es abzieht, dann ist der Typ in der Maske, das wäre doch super. Das wäre, Alter, sind, ja. Das große Reveal. Kro ist doch der mit Maske, ne? Äh, was, es gibt Kro mit Maske, Lens Butters gibt's mit Maske, es gibt viele Masken-Rapper. Kann man, kann man auch finden, wie man. Sido, wie Sido wohl aussieht. Nee, Sido, wie Sido wohl aussieht. Und unternehmen. Ähm, so, es gab, genau, es gab, es gab, es gab immer diese Gerüchte, Spongebob ist San Diego, weil, äh, die hätten sich irgendwie abgesprochen und deswegen hat Spongebob dann irgendwie gewonnen. Und weil, blablabla, gemausche, gemausche, gemausche. So, und Jen, jetzt, äh, ist, genau, ist auf die Eins gegangen und jetzt hat er ein neues Album rausgebracht und hat, ich glaub, 27 Minuten Musikvideo gemacht, wo er, äh, dann... Das ist doch kein Musikvideo, das ist ein Kurzfilm. Ja, ein Kurzfilm gemacht, der ist total toll, wo irgendwie 17 Mal dieselben Bilder verwendet werden, also, so merkt, eigentlich hatten sie gar nicht das Geld. Ja. Und während dieses Musikvideos verändert sich seine Stimme, also in jedem Part wird sie ein bisschen weniger gepitcht. Ah, das ist ganz cool. Und am Ende ist es schon ziemlich eindeutig, dass es San Diego ist, weil er dann eben auch das aufnimmt und dann Kollegahart angeht. Unter anderem wirfte ihm öfter mal vor, dass, äh, Kollegah ja Flowfehler hintereinander wegproduziert und mal früher gut war, aber nie wieder an Boss-Aura rangekommen ist und bla 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 und Mohnsfinsternis und solche Sachen. Ähm, und, äh, Kollegah hat noch nicht drauf geantwortet. In musikalischer Form hat aber, ich glaub, auf Facebook oder sowas abgesetzt, die harte Zerfickung beginnt, sinngemäß. Oder so, es ist Zeit, weil wieder hart zu zerficken. Und auch da gibt's jetzt schon wieder die Gerüchte, dass das wieder alles eine abgekaterte Scheiße ist, dass jetzt... Warst du mit Kollegah? Kann ich mir nicht vorstellen, dass der da das nicht super ernst nimmt. Ja, ich, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall find ich das vollkommen absurd, dass jemand, der sich Spongeboss nennt, was... Ich mein, ich würd, ich lache da auch drüber, weil das ist eigentlich ein witziger, ein witziger Gag. So, hey, Spongebob ist jetzt Gangster-Rapper und heißt Spongeboss. Ja. Spongeboss. Spongeboss. Ähm, und irgendwie so Bikini-Bottom-Weed und so ein Kram und so, also da haben die sich schon so eine kleine Welt aufgebaut. Aber dass so jemand mit so einer, mit so einem Ding auf die Eins geht und daraus wirklich einen harten Ghetto-Rap machen will, finde ich irgendwie ist bezeichnend für vieles. Auch YouTube. Auch YouTube Deutschland und Ghetto-Rap Deutschland. Naja, doch, der ist durch YouTube groß geworden. YouTube hat ihn groß gemacht. Und da gibt's ja genug Leute, die den feiern. Aber ich mein, YouTube ist ja viel aussagekräftiger als Musikcharts. Musikcharts sind ja wirklich, da musst du ja 500 Mal was verkaufen und dann bist du auf Platz 1. Ja, aber dann ist es ja noch schlimmer. Ja, ja, das sag ich ja nur, das ist ja alles so unwichtig heutzutage, weil jeder über YouTube-Streams und Spotify seine Musik hört. Ja. Dass so eine Chartlistung, glaube ich, völlig irrelevant eigentlich ist, bis auf fürs Prestige halt. Naja, und wenn dann so jemand wie Freiwild da andauernd sich oben in den Charts taumelt, dann klar, ne? Kann man immer sagen, aber es ist so genug Sachen. Apropos übrigens, bei Netflix gibt's Spongebob Schwammkopf anzugucken, leider nur auf Deutsch, deswegen hab ich's ja nicht gemacht. Aber mir ist dabei aufgefallen, ja, es ist auf, nee, nee, es war auch gar nicht Spongebob, das war Adventure Time, dass es nur auf Deutsch gibt. Adventure Time? Genau. Deswegen, Spongebob hab ich auf Englisch geguckt, einfach nur, weil ich's halt auf Deutsch kenn ich's halt von früher. Ah. Und ich wollte das mal auf Englisch gucken, weil das ja auch sehr viele so Gags hat, die nicht für Kinder gemacht sind. Ich liebe es. Weil das halt so eine Nickelodeon-Sendung ist wie früher, die genauso für Erwachsene wie für Kinder eigentlich ist. Und da hab ich's auf Englisch geguckt und dabei hab ich mir zuerst gedacht, ach stimmt, der heißt ja Bob, Spongebob Squarepants, was ein scheiß Name, geht ja, ist ja voll doof. Entschuldigung, ich hab grad verpasst, du redest jetzt nicht über Adventure Time, sondern tatsächlich doch über Spongebob. Okay, gut, ah klar. Und dabei ist mir dann, also, gilt ja für beide, für Adventure Time noch ein bisschen mehr, aber auch für Spongebob gilt ja, ist eine Kinderserie, die auch für Erwachsene geschrieben wird. In den ersten Staffeln noch mehr als in den verschwenderen Staffeln. Und da hab ich mir zuerst gedacht, oh, Squarepants, was für ein doofer Name. Und erst dann ist mir aufgefallen, warte mal, der heißt ja im Deutschen eigentlich Schwammbob Schwammkopf. Erst dann ist mir aufgefallen, dass der englische Name viel besser ist, weil die beiden charakteristischen Eigenschaften dieses Wesens dort untergebracht sind, während in der deutschen Variante das gleiche zweimal gesagt wird. Schwammbob Schwammkopf. Spongebob Schwammkopf, ja, du hast recht. Das ist eigentlich... Da hat mich jetzt aufgefallen. Und das ist auch mal, das ist, das hab ich für diesen super coolen Namen kaputt gemacht. Verdammt. Aber ich hab Spongebob jetzt noch lange nicht mehr geguckt. Ich hab's früher sehr, sehr gerne geguckt. Ich hab das nie so wirklich heftig viel geguckt, immer mal wieder, so ganz nebenbei. Das ist mir auch gut gefallen, aber da guck ich mir lieber sowas wie Adventure Time halt an. Ja, genau. Ich find, das trifft noch ein bisschen mehr diesen Internethumor und nimmt das halt ganz bewusst auf. Was ja auch bei den Simpsons mittlerweile der Fall ist, die versuchen das ja auch so ein bisschen mehr in diese Richtung. Family Guy, find ich, gefühlt gegangen und auch mehr dieses... Ja, ich kenn keinen Simpsons nicht. Aktuell. Ja, ich find das ganz interessant, weil die Simpsons ja wirklich so seit 20 Jahren oder was läuft. Und wenn du dann die frühen Folgen nimmst, die jetzt auch immer wieder mal laufen, ich guck das halt wahnsinnig gerne. Ich kann's mir auch nur auf Deutsch angucken, weil du dann aufgewachsen bist und so. Aber dann, und das find ich da sehr interessant, wie sich das im Laufe der Zeit halt einfach geändert hat. Wie sie früher halt erstmal alles abgegrast haben, was es abseits von so tagesaktuellen Anführungszeichen Themen irgendwie gab. Und auch diese, was Family Guy ja ausmacht, dieses, das erinnert mich ja an, wie ich damals. Und dann sieht man genau das und es ist halt noch absurder als das, was gerade gesagt wird, dieser Humor. Und dass Simpsons ja ganz lange wirklich gute Geschichten erzählt hat. Also auch so, wo man dann so am Ende der 20 Minuten dann gesagt hat, ja, schöne Moral und irgendwie auch eine schöne Geschichte, die dann irgendwie dabei war. Und wie das immer mehr in dieses Humor ist einfach nur dumm und ein Vollidiot. Und Bart ist einfach nur derjenige, der irgendwie bis auf Morde, obwohl er das auch schon gemacht hat, irgendwie immer nur schlimme Sachen macht. Also so die Charakteristika immer mehr übertrieben wurden. Die Kreaturen der ehemaligen Figuren. Genau, und das finde ich dann wieder ganz fasziniert und da kann ich aber auch nachvollziehen, warum ich dann zum Beispiel überhaupt nicht mehr die neuen Folgen so richtig mir anrufen kann. Ja, das Problem habe ich so ein bisschen bei South Park. Da bin ich relativ alleine mit, glaube ich, weil viele Leute das mögen, also immer auch fortwährend. Und ich durchaus eigentlich auch, aber ich habe da mit zunehmender Laufzeit in Späterhandschaften immer mehr das Gefühl, dass sie halt statt eine Aussage weitergeben zu wollen, die ultimativ, wo es ultimativ um Toleranz dann doch meistens geht bei South Park. Egal, wie das dort dargestellt wird, aber das hat schon eine sehr liberale, tolerante Aussage eigentlich. Und mittlerweile geht das eher so, alles, was gerade in irgendeiner Art und Weise groß oder bekannt ist, absolut alles wird fertig gemacht. Sie wählen dann nicht mehr aus, sondern alles, was irgendwie eine Meinung hat und alles, was irgendwie gerade diskutiert wird, wird hier krass persifliert. Und deswegen hast du jetzt plötzlich viele Leute im Internet, die dafür argumentieren, dass South Park halt alt-right ist, was kompletter Bullshit ist. Das ist absurd, oder? Weil, wie du schon sagtest, die Liberale, eigentlich geht es ja darum, immer zu hinterfragen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Und South Park wird halt einfach meistens immer das Gegenteil von, keine Ahnung, einer populären Meinung genommen komplett umgedreht, einfach um diese Gegenmeinung irgendwie zu etablieren. Und eigentlich zu sagen, okay, ey Leute, bildet euch eure eigene Meinung, denkt, es gibt immer mehrere Seiten, aber informiert euch, denkt über Sachen nach. Und dass dann Leute sich hinstellen und sagen, ja, aber South Park hat das doch wunderbar erklärt, warum es so ist. Genau, das ist kompletter Blödsinn, warum ich halt trotzdem bei South Park auch nicht mehr so dabei bin, ist, dass ich halt genau das Gefühl habe, dass nicht mehr wirklich drüber nachgedacht wird, was ist gerade gut zu persiflieren, was passt zu dieser Serie gut und womit haben wir trotzdem noch eine Aussage. Sondern South Park hat selbst keine Aussage mehr, sondern macht einfach alles fertig, komplett unabhängig davon, wo das nun steht. Und das macht es sich ein bisschen einfach. Das ist jetzt eigentlich keine Kritik an der Serie selbst, weil die immer noch sehr lustig dabei ist und sowas. Aber ich merke bei mir halt immer wieder, wo ich mir denke, boah, das ist schon lustig gerade geschrieben, aber welches Opfer ihr euch da ausgesucht habt, da wird sehr nach oben geschlagen. So, weißt du, nach unten geschlagen. Normalerweise ist South Park immer eine Serie, die sehr gut darin war, halt nach oben zu schlagen. Nämlich halt nur sich über Dinge lustig zu machen, die halt von irgendeiner Art und Weise privilegierten Leuten gemacht wird und nicht. Und wenn sich halt über Behinderte lustig gemacht wird, steckt da oftmals noch was hinter. Es gibt ja diverse Episoden mit Timmy zum Beispiel, wo halt Timmy allen zeigt, was er kann, weil der halt nur unterschätzt wird, weil der immer nur Timmy sagt. Und das ist halt gut versteckt in dieser Serie und deswegen kannst du sehr schnell denken, dass diese Serie einfach nur daraus besteht, haha, der Typ ist behindert. Und da steckt eigentlich noch ein bisschen mehr hinter. Und diese zweite Ebene vermisse ich so ein bisschen in späteren Folgen. Aber ich weiß, dass ich da auch durchaus, dass mir da viele Leute widersprechen würden. Bei South Park bin ich eigentlich wahnsinnig vom Arbeitsflow beeindruckt, wie die halt Folgen produzieren. Die sind da, ich glaube, im Wochentakt, ne, ist das doch. Oder sind es 14 Tage? Aber wahnsinnig eng getaktet, dass die Schreiben während ja schon gezeichnet, in Anführungszeichen, also gebaut wird. Und die Drehbücher sind halt bis zum letzten in Entwicklung. Hast du diese Dokumentation auch mal gesehen, wo sie da im Büro schlafen, das war die erste Folge der ersten, also der erste Folge von der Staffel. Ja genau, nach der Sommerpause oder irgendwie sowas von Matt Stone und Trail Park, die ja immer noch quasi, weiß ich, die Hälfte oder fast alle Figuren sprechen. Und das ist dann so, da bin ich wahnsinnig beeindruckt von, dass das immer noch funktioniert und auf welchem Level der Professionalität das funktioniert und trotzdem noch so eine Anarchie hat und so einen Chaosfaktor hat. Das hat für mich nochmal alles ein Stück weit interessanter gemacht, aber inhaltlich bin ich da auch schon länger raus. Aber ich höre auch immer wieder, wie Leute auch inhaltlich beeindruckt sind, wie schnell da aktuelle Dinge einfach aufgegriffen werden und verarbeitet werden. Das ist, glaube ich, so in der Form auch einzigartig, also zumindest im Cartoon. Ja, dass du die Präsidentschaftswahl hast und dann drei Tage später eine Folge, die genau mit dem Ergebnis sich beschäftigt, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist schon, aber sie sind auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie sich ihrer Machtposition in Anführungszeichen so bewusst sind, weil sie ja dann, wie du ja schon sagst, ja auch Meinungsmacher sind auf eine Art und Weise. Aber ich glaube, die scheißen dann ganz bewusst dann auch drauf und nehmen das auch ganz bewusst auseinander, weil das wollen sie ja nicht sein. Ja, das finde ich auch richtig, weil wer sich seine politische Meinung durch South Park bildet, das weiß ich nicht. Da bist du ein gewisses Maß auch selber schuld. Ja, 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 ja. Ja, ich wollte eigentlich auch nochmal kurz ein bisschen erzählen, weil ich habe die Woche oder auch die letzten zwei Wochen eigentlich sehr, sehr viel gearbeitet und bin gerade wieder mit diesen ganzen YouTubern so ein bisschen in Kontakt gekommen. Deswegen hatte ich auch so dieses Spongeboss-YouTuber-Nummer so ein bisschen. Ich hätte einen Vorschlag, bevor du damit anfängst. Da muss ich aber fragen, hast du bei den Fragen einen Flow vorher ausgabelt, dass die ihnen dann übergehen und so? Ja, ein Dezenten. Nö, ja. Sonst hätte ich jetzt gesagt, dass wir zuerst eine Frage dran nehmen und dann zu der Geschichte kommen, aber wenn du sagst, dass die Fragen dann übergehen. Ich habe eine Frage, die tatsächlich auch so ein bisschen da angesetzt ist, nämlich in diesem Entertainment-Sektor. Sonst hast du zuerst die Frage dran, dann die Geschichte? Ich kann das ja, ja, machen wir es einfach mal so. Dann haben wir ein bisschen. Ja, finde ich, ist auch nicht verkehrt. Ist auch eine relativ kurze, knackige Frage. Die ist schon ein paar Tage alt, nämlich, oh Gott, wann war das? Muss ja dann im Dezember oder sowas gewesen sein. Oh, wir haben es gar nicht gemacht. Wie kann man eine überfragen schicken? Das habe ich schon gesagt vorhin. Hast du? Das habe ich. Okay, habe ich im Dezember. Doch, doch, doch. Ich habe das sehr geschickt in meinem Flow von, hörst du ja an. Ich glaube dir das. Ich dementiere es ja nicht. Das ist so wie, ja, ja, da wirst du gucken. Die Frage kam über Twitter rein und zwar zum Todestag von Lemmy. Also muss das ja im Dezember oder sowas gewesen sein. Ist ja kurz vor Weihnachten, glaube ich, gestorben. Seit 2015, ne? Ja, ja. Ja, aber also der Todestag wiederholt sich ja quasi jährlich dann. Der Heiter der Todestag von Lemmy ist und ich hier gerade am Bahnsteig sitzend und Motorhead hörend tatsächlich gerade fast das Weinen angefangen habe, wollte ich mal fragen, ob euch schon mal der Tod irgendeiner Berühmtheit emotional mitgenommen hat. Boah, das ist so schwer zu sagen, weil man das vergisst dann leider so schnell, weil so viele Leute dann sterben und dann wird das so schnell überschrieben in meinem Kopf. Na dann ist ja aber die Beantwortung ja schon so ein bisschen, also auf jeden Fall nicht längerfristig immer emotional mitgenommen, weil sonst würdest du jetzt direkt sagen. Naja doch, ich weiß genau, dass es da ein, zwei Momente gab, aber ich kann mich, du kannst ja mal anfangen. Na, wo wir gerade bei Lemmy sind, ist das, finde ich, vielleicht ein ganz, ganz guter Ansetzer, weil bei Lemmy war ich tatsächlich sehr, war ich traurig, aber das war auch eine Sache, die man erwartet hat, aber halt dann nicht so schnell erwartet hat, weil das der Typ überhaupt so lange gelebt hat, ist bei seiner Lebensart und Lebensweise und den ganzen Drogen und Alkohol, die er konsumiert hat, eigentlich ein kleines Wunder, auch wenn er da schon irgendwie dann in den letzten Jahren angefangen hatte, so ein bisschen auf seinen Arzt zu hören, der gesagt hat, Herr Lemmy, ne, vielleicht, weil sonst machen sie nicht mehr lang, hat er ja wirklich, also trockene Alkoholiker letztendlich und so und aber man hat ihm angesehen, dass es ihm nicht gut ging, aber dass es dann halt doch der Krebs war, der dann so schnell dann irgendwie zugeschlagen hat, war dann sehr, sehr schade, wobei bei Lemmy ist immer so das Ding, dass der immer wahnsinnig sympathisch rüberkam, in Anführungszeichen, weil er einfach unglaublich schlagfertig war, weil er immer seine Meinung sah, weil er aussah, wie er aussah, der war halt Rock'n'Roller durch und durch und wenn man dann die Musik auch noch so ein bisschen mag und hört, dann ist das einfach ein so stimmiges Gesamtbild, dass das schade ist, dass dieser Mensch einfach dann weg ist, so und das ist so dieses, weil persönlich habe ich ihn ja nie getroffen, ich weiß nicht, wie der wirklich war und ich kann mir vorstellen, dass er ein ziemliches Arschloch war, so was Frauen zum Beispiel angängig war. Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, die war die Prominenten, die man mag, sehr wahrscheinlich arschlich, also das habe ich im Laufe der Jahre gelernt. Ja, ja, ich erinnere mich an deine Tweets, die immer wieder Folge 3718 sind. Dein Lieblingsprofi ist eigentlich ein Arschloch, Zeil. Ist eigentlich ein Arschloch und ich glaube auch bei Lemmy ist es glaube ich sehr, sehr realitätsfern zu behaupten, dass das ein perfekter Mensch war, aber es war halt ein echter Mensch und der hat sich nicht darum gekehrt, wie seine Öffentlichkeitswahrnehmung ist oder was man zu Journalisten sagt oder nicht sagt oder wie viel Alkohol man trinkt, bevor man ein Interview in seinem Swimmingpool gibt oder solche Sachen und das war halt einfach immer sehr, sehr unterhaltsam, weil es nie so einen Fremdschamfaktor höchstens mal für Journalisten oder sowas gab, aber es war immer schön irgendwie den in dieser Szene zu wissen und natürlich hat er musikalisch auch ganz, ganz Großes geleistet und so. Also da war ich, ich war wirklich ein paar Tage traurig, aber es ist dann nicht so, dass man da dann mit so einem dauerhaften, weiß ich nicht, so Michael Jackson, da gab es ja dann Leute, die wochenlang geweint haben, auf irgendwelchen Straßen rumlagen und so. Also war es dann da nicht, weil Lemmy... Ob da bloß wurden, weil sie nicht mehr Rechnungen bezahlen wollten. Du, ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr viele Leute, die in sowas, wenn sie halt so einen Starkult betreiben, als dann irgendeine Boyband aufgelöst wird, da sind ja auch, die hören ja so, ne? Und wenn dann jemand stirbt, dem man dann so hinterher und dann so, ich glaube, da kann man schon sich sehr, sehr drin verlieren. Michael Jackson ist das schon sehr einzigartig, weil das einfach so ein kulturelles Ding ist. Du musst kein Fan sein und trotzdem warst du, hatte ich das mitgenommen, einfach weil du weißt, dass gerade ein großer Teil der Popkultur gestorben ist. Aber ich glaube auch da, dass es ganz viel der Kontext war, weil er eben diese Tour angekündigt hat und weil das überraschend kam und dann diese ganzen Begleitumstände und dann gab es ja wieder diese, plötzlich tauchten diese Meldungen auf mit, oh, alles voller Pornos, eine ganze Pornokammer, ein ganzes Pornohaus haben sie gefunden, was dann später ja auch wieder alles dann irgendwie so nicht gestimmt hat. Aber dass da viel eben auch dieser, der Umstand einfach mitschwingt im so, wenn dann jemand krank wird und so und dann, ne, dann kann man, so blöd, das klingt sich emotional so ein bisschen drauf einstellen und dann kommt halt diese Überraschung nicht mehr so. Aber wenn es da aus dem Nichts und dann auch noch an so einem Punkt, wo eigentlich alle davon ausgegangen sind, oder was heißt ausgegangen sind, aber wo eigentlich angekündigt war, jetzt geht er nochmal auf Tour und jetzt wird sein letztes großes Karriere-Ding und dann setzt er sich zur Ruhe und dann stirbt er an so einer Überdosis, ist das natürlich echt auch so ein tragischer zusätzlicher Moment. Also ich glaube, wenn wir wirklich von dem Tod eines Präminären reden, ist es, da hat mich Alan Rickman sehr getroffen, was bei mir natürlich vor allen Dingen seine Rolle als Severus Snape da der Grund für ist, weil das halt, mich irgendwie 15 Jahre oder 12 Jahre, weil wir auch immer lange die Filme liefen, sehr konkret begeistert hat im Leben. Ich kann sie natürlich auch von anderen Rollen, aber das war ja das, was das für mich am meisten den Verknüpfungspunkt gab. Aber das, was mich am meisten getroffen hat, war tatsächlich kein Toddirektor, aber die nach, aber etwas, was dem für mich sehr gleichkommt, weil es für mich halt als jemand, der ihn nicht persönlich kennt, den gleichen Effekt hat, nämlich dass ich ihn nie wieder sehe und er nicht mehr Teil meines Lebens ist, war bei Michael Schumacher. Weil, also da war ich wirklich eine Woche down oder war da am Tag, wo es, wo das so, also an dem Tag, wo dann klar wurde, wie heftig das tatsächlich ist, war ich wirklich fertig mit der Welt und nach die Woche bin ich immer noch regelmäßig irgendwie beim Einschaffen oder beim Aufwachen, es ist immer wieder eingefallen und ich war wirklich mega traurig. Weil der war wirklich, seit ich denken kann, Teil meines Lebens. Also nicht nur wie bei L. Lücken, sondern ich habe ja schon öfter Geschichten erzählt, dass ich als Kind auf dem Sofa saß und geweint habe, als Michael Schumacher gegen Damon Hill seine, ich glaube 94 oder 95 war das, war ja so 4 oder 5 oder 3 Jahre alt, 3, 4, 5 Jahre alt, als er dann die WM verloren hat, da habe ich halt geweint auf der Couch. Und das ist also, seit ich denken kann, ein Teil meines Lebens gewesen und das dann so wegge, dass das dann plötzlich so vollkommen einfach weg war und Auch auf die Art und Weise. Auf die Art und Weise, ja, das war schon sehr, sehr krass und es ist ja für mich als Fan, das ist halt ganz interessant, ist es halt der gleiche Effekt, als ob er gestorben wäre, weil der Effekt ist einfach nur, dass ich ihn nie wieder zu Gesicht bekommen werde oder dass er halt nicht mehr Teil meines Lebens in irgendeiner Art und Weise ist und mit dieser Tragik, die du dann noch dazu kommst. Und ja, ich bin da bis heute einfach traurig drüber, wenn ich halt einfach dann denke und dann denke ich an die Familie und ach, fuck. Und gerade jetzt der, Micky heißt der, glaube ich, Micky Schumacher, sein Sohn, steigt ja gerade auch ins große Geschäft beim Motorsport ein. Das wird nur eine Sache von 2, 3 Jahren sein, dass er eine Formel 1 sein wird. Und diese Tragik halt dabei, dass er, dass sein Vater in dieser Form nie daran teilhaben wird, das finde ich alles ganz, ganz, ganz furchtbar. Und da war ich wirklich, also da war ich wirklich sehr, 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 sehr auf Tau und Daumen wegen. Ich finde es auch, also weil du das gerade gesagt hast, man wächst ja damit auf, das heißt, der ist ein Teil eines Lebens und man muss ihn nicht persönlich kennen, damit er einem persönlich auch was bedeutet. Und das finde ich, ist, glaube ich, auch eine, oder finde ich zumindest sehr, sehr interessant, weil das ja eine einseitige Beziehung auf diese Art und Weise ist. Und wenn man sich, wenn man gerade in so einem Sporting, was ja immer wieder regelmäßig dann ja stattgefunden hat und man da sicherlich sich auch an viele schöne Sachen erinnert, wenn er dann mal Weltmeister geworden ist oder er hatte ja auch mal Unfälle, wo er dann irgendwie sich ein Bein gebrochen hat und solche Sachen, das macht ja emotional dann eben was mit einem. Und deswegen, also ich finde das dann auch, es gibt ja Leute, die sagen, ja, wie kann man sich denn, ein Prominenter ist auch ein Mensch wie jemand anderer, jeden Tag sterben tausende, hunderte, Millionen Menschen auf der Erde, warum seid ihr denn da nicht alle traurig? Weil die ja eben nicht eben diesen direkten Einfluss gehabt haben auf das eigene Leben. Der wird zu einem gewissen Maße, wird so ein Mensch zu einem Teil des eigenen Charakters, zu so einem Identifizierungsding, sodass du, wenn du Leute triffst und miteinander sprichst und sagst, ich bin ein Michael Schumacher-Fan, dann weiß der andere etwas über dich. Das sagt etwas über dich als, also jetzt nicht aus, ob du ein schlechter oder guter Mensch bist, aber es sagt etwas über dich aus, über deine Interessen aus irgendwie. Und deswegen wird es ein Teil von mir selbst, so ein bisschen, so ein Teil von meinem Charakter, dass ich halt mich so sehr mit ihm identifiziere. So würde ich es vielleicht am ehesten erklären. Also, ja. Ich bin immer noch sehr, sehr glücklich, dass ich ihn einmal in Natura gesehen habe, bei seinem letzten Rennen in Deutschland. Da war ich ja vor Ort und da hatten wir so diese Backstage-Karten und da konnte ich ihm einmal auf den Rücken klopfen. Das war hervorrund. Und er hat sich völlig irritiert in seinem Rennauto umgedreht und meinte, oh, ich bin einmal auf die Strecke gerannt. Mir je, oh Gott. Ja, ich bin auch froh, dass ich tatsächlich Motorhead auch ein zweimal live gesehen habe. Also, es ist einfach ein, es sind ja immer nicht nur die Leute für sich, sondern es ist ja deren Kunst, die dann eigentlich, oder deren Schaffen, so ein Motorsport oder was auch immer, durch das sie halt in der Öffentlichkeit dann eben stattfinden. Und bei Michael Jackson ist es, glaube ich, genauso ein ähnliches Ding, wenn du halt wirklich mit dieser Musik aufgewachsen bist. Und der hat ja Wahnsinns-Hits und Wahnsinns-Songs und Wahnsinns-Konzerte abgeliefert. Also, das sind Sachen, die ja wirklich in die Musikgeschichte eingegangen sind, dass man da einfach auch ein Stück mit zusammenwächst. Und wenn dann das so wegbricht, macht das schon. Also, deswegen finde ich es auch nicht lächerlich, wenn dann Leute da komplett sich verlieren oder so. Sondern das ist halt dann natürlich auch tragisch für die. Und auch sicherlich nicht gesund, weil man muss sich ja auch irgendwie als eigenständige Person ein Stück weit etablieren können. Aber das kann ich dann schon irgendwie verstehen. Aber, also mich jetzt so richtig emotional komplett richtig mitgenommen, dass ich ganz lange ganz traurig war, das hatte ich bisher noch nicht. Ich überlege auch gerade, wenn jemand so wie Stephen King stirbt oder sowas. Oder auch Stan Lee sind dann, glaube ich, so Leute. Ja, das wird jetzt halt in den nächsten zehn Jahren mega... Also, wir kommen jetzt in das Alter, wo unsere Hell... Ja, Bill Murray... Genau, wo diese ganzen Leute, wenn irgendwann mal Brad Pitt stirbt, wenn irgendwann Harrison Ford stirbt, wenn Bill Murray stirbt. Und Brad Pitt ist natürlich nochmal ein kleiner Junge. Aber wenn diese ganzen Leute dann mal in diese Alter kommen, das wird dann... Ja, da wird... Ja, ich glaube, da ist dann so eine Sache, da wird man seiner eigenen Sterblichkeit immer mal wieder so bewusst, wenn diese ganzen Helden, die immer da waren, dann sterben. Aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ja, das ist auch so ein Altersding irgendwie, weil du dann... Also, das ist mir letztens wieder aufgefallen, wo ich dann Bill Murray aktuell mal wieder gesehen habe. Und ich habe mir dann gerade zu Weihnachten die Geister, die ich rief, Scrooged im Original, angeguckt. Und da, das ist halt, weiß ich nicht, ich glaube, 82 oder wann dieser Film ist. Und damals war er schon, sagen wir mal, ein erwachsener Mann. Und dieses Bild hat sich bei mir aber so festgefallen. Ja, und Bill Murray denkst du, dass der so aussieht. Ja, und Ghostbusters halt. Ja, genau. Dann siehst du ihn halt aktuell. Ja. Und ich bin wirklich erschrocken. Oh Gott, ja, der ist ja auch schon über 150 oder so. Und da gibt es auch, so Ian McCarran ist auch so jemand, den ich so durch X-Men und Herr der Ringe natürlich aber auch nochmal wertschätzen gelernt habe, so schauspielerisch. Und da ist er halt immer schon ein alter Mann gewesen. So, und wenn du den dann aktuell siehst, ist es nicht so, oh Gott, der ist ja noch älter geworden. Aber bei denen, die du jung irgendwie im Hinterkopf hast und dann merkst, dass dann da die 20, 30 Jahre auch nicht spurlos dran vorbeigegangen sind, das ist immer noch eine komische Nummer. Ja, aber das stimmt auch so, wenn irgendwann Ian McKellen, Patrick Stewart, irgendwie Michael Caine und sowas sterben, das wird auch sehr, sehr, ja, da freue ich mich auch nicht drauf. Nee, oh Gott. Im Gegensatz zu. So, und damit kommen wir zu den Jutschen, weil wir uns immer zurecht wollen. Oh Gott, da fällt mir gerade ein. Was meinst du, wie das in 30, 40, 50 Jahren ist? Ja, wenn dann ein Dagi-Bee stirbt und Deutschland muss eine Staatstrauer anordnen. Naja, aber überhaupt immer so die Leute, die jetzt irgendwie in den letzten 10 Jahren... Sagen wir 60, 70 Jahre übrigens. Naja, so jemand wie Gronkh, der ist ja nun, wie alt ist er denn? Der ist doch auch schon, geht der, der ist doch unter 40 oder sowas? Ich würde mal aufstehen, würde der nicht so alt wie du sein? Dann wäre er jetzt 31, 32. Nee, ich glaube, der ist ein bisschen älter. Ich glaube, der ist schon 5, 6 Jahre älter. Sagen wir 60, ja. Also sagen wir so, in 60 Jahren, wenn dann die ersten YouTuber versterben, aus Altersgründen. Gronkh kann sich einfach einfrieren lassen mit der Kohle und den technischen Fortschritten, die es da bis dahin gibt. Ja, oder macht sich digital oder sowas, kann natürlich auch sein. Das ist einfach keine, so ein Gronkh-Generator, wo du ihn draufdrückst und dann kommentiert dir die Spiele einfach durch oder sowas. Nee, aber ich finde, das ist ganz interessant, weil es mir, so, da, perfekter Übergang. Oh, ist das schön. Ja, Robin. Oh, da muss ich mich selber gerade mal ein bisschen, mh. Ach, du machst jetzt einen Übergang. Weil, ja, ja, weil, bei den Lochis, so, da ist es, erklär gleich, warum die Lochis? Nee, ich wollte, weil die Leute jetzt sagen, was, wie Lochis ausschalten. Weil bei den Lochis, die sind YouTuber, da ist es ja so, die sind ja mit YouTube erwachsen geworden, in Anführungszeichen. Oder die sind ja aufgewachsen. Die haben ja angefangen, da waren sie, keine Ahnung, 12 oder 13 oder sowas. Und jetzt machen die das vier, fünf Jahre, sind immer noch nicht volljährig, wie ich gelernt habe. Aber die sind ja so zu dieser ganze Jugendphase durchgegangen. Das, was man auch so über Leute wie Michael Jackson sagen kann, die ja ihr gesamtes Leben irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, ist das ja nochmal ein ganz anderes Level, weil du ja wirklich fast im Wochentag nachvollziehen kannst, wie die aufwachsen, wie die erwachsen werden. Und wenn ich mir das jetzt nochmal so 30, 40, 50 Jahre weiter vorstelle, was sicherlich nicht der Fall sein wird, weil die werden irgendwann aufhören in dem Moment, wo einer kommt und sagt, ey, wir machen jetzt nur noch Kartoffelsalat 2 und 3 und 4 und 5 und ihr kriegt euer Geld, dann machen die ja... Bruder vor Luder 2 und 3. Bruder, oh, der kennt er, der kennt er. Sehr schön, ich kannte das bis dato alles nicht. Doch, hat mir mein kleiner Cousin von erzählt, weil er da ins Kino gegangen ist. Und ich habe gesagt, Dude, geh doch stattdessen, kennst du die Handmaiden in Südkorea? Ja, das ist ja. Überhaupt, sehr schön. Über 10. Ja, macht nichts. Ich kann nicht früh genug mit... Ganz ehrlich, aber auch, dass ein 10-jähriger in den Film namens Bruder vor Luder geht. Hat mich auch irritiert. Also, ich muss kurz ausholen, weil wir... Also, ich habe beruflich mit denen zu tun gehabt, wir waren auf einem Konzert von denen. Das war das Luder. Ich war das Luder auf der Bühne in einem Luder-Kostüm. Und da bin ich zum ersten Mal wirklich konfrontiert mit den Lochis selber, weil ich mich da tatsächlich im Vorfeld sehr schlau machen musste. Ich musste mir ihre Songs anhören, auch mehrfach. Warum das denn? Weil wir was mit den Lochis produziert haben. Ich darf da, glaube ich, noch nicht so richtig... Wieso ist der Kameramann denn da? Nee, weil ich ja auch Schnittmeister bin. Ach so. Schnittmeister, sagt man. Oh, du armer. Und habe mich durch diverse, nicht nur die Lochis, sondern auch durch diverse andere große YouTuber-Kanäle gewühlt. Und das ist wirklich so ein bisschen... Ey, dieser Job ist es nicht wert. Willst du nicht doch lieber... Nee, das ist wirklich so ein Punkt, wo ich auch innerlich immer wieder so an dieser Sollbruchstelle war. Weißt du, wenn der Geist sagt, nee, nee, jetzt einfach aufhören und dann, glaube ich, so ganz schlimme Situationen... Zurück auf den Bauernhof ziehen und irgendwas in den Feldern machen. Besser. Das ist wirklich ein kleiner Kulturschock für mich gewesen. Auch da habe ich mich wieder sehr alt gefühlt. Ja. Und habe danach dann eine halbe Stunde erstmal Bill Murray-Sachen geguckt, einfach mich wieder in die Zeit zurückzuversetzen. Und weil du Bruder vor Luder gesagt hast, die haben auch einen Song... Wie war der Refrain? Ich glaube, Hals-Maul-Bro oder irgendwie sowas. Oder Digger-Hals-Maul. Digger-Hals-Maul. So ist der Refrain oder sowas. Ich glaube, das kenne ich ja vorher. Bestimmt im Bruder-Vor-Luder-Kontext. Seinen Film habe ich nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Oder ich glaube, das war ihre Phase, wo sie angefangen haben, so Songs gegen diesen Hate, den sie abkriegen zu machen. Wo sie gesagt haben, ey, ihr versteht einfach nicht unsere Kunst und ihr seid kacke, aber wir sind geil. Die armen Lochis, die mit dem ganzen Hate auskommen müssen. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, aber es ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall waren wir dann eben auch beim Konzert und ich war tatsächlich auch im Publikum drin, um da dann zu filmen. Und habe dann vor dem Konzert mir wirklich angeguckt, Hat dich auch jemand gefilmt? Das würde ich gerne sehen, wie du in diesem Publikum stehst. Ich glaube, bei Promiflash sind wir mal im Bild aus Versehen. Sieht man wie, dich zu abhieren. Nein, das Schöne ist ja, eine Karte für Berlin hat, glaube ich, 35 Euro gekostet. Und in die Halle gingen 2.000 bis 3.000 Leute. Und dann gab es auch extra Tickets für die Eltern. Denn dadurch, dass das Publikum sehr jung ist, muss halt eine Begleitperson dabei sein. Und ich dachte erst, okay, wenn die Elternkarte, die es wirklich speziell so gekauft hat, jetzt die Hilfe gekostet hätte, hätte ich das von mir fair gefunden. Aber die war 2 Euro günstiger. Und dementsprechend hast du aber da im Publikum nicht nur diese ganzen Teens gesehen und die Ansatzteens. Ich sage mal, es war von... Also es waren welche dabei, die 8, 9, 10 waren. Und es waren so nach oben hin, also von den Leuten, die da bewusst hinwollten, 15, 16, 17, 18, so. Da gab es tatsächlich auch ein bisschen ein paar Ältere. Und dann kam erst mal lange nichts. Und dann waren die ganzen Eltern da. Und als ich das erste Mal in der Konzert hatte, dachte ich so, als die Theken aufgemacht haben, dachte ich, ja, ich sage mal, der Bierverkauf wird sicherlich nicht so hoch sein heute. Aber da sind die ganzen Eltern und die ganzen Väter tatsächlich sind dahin geströmt und haben wirklich sich volllaufen lassen. Das ist jetzt übertrieben. Aber es war schon so, dass da das ein oder andere Bier sehr, sehr schnell gebechert wurde. Und ich habe dann irgendwann auch angefangen, mir diese Eltern anzugucken. Also wer ist denn? Da waren natürlich viele Väter dabei und dann waren da auch ein paar Mütter dabei, die mit ihren Kindern da dann zusammen das so ein bisschen gefeiert haben. Die haben dann auch so Schilder gebastelt und Ballons gebastelt. Das fand ich dann irgendwie wieder ganz cool. Ich dachte, hey, das würdest du auf dem Bushido-Konzert nicht sehen, dass sich da dann Leute kreativ wirklich auseinandersetzen mit und dann vielleicht so Schilder basteln und so und wir lieben dich und solche Sachen. Aber die Väter, meine Herren, die waren wirklich so, so wie ich mich beim Schneiden und beim Durchwöhnen dieser YouTube-Sachen gefühlt habe, so während die sich auf diesem Konzert gefühlt haben. Weil da waren garantiert auch Leute dabei, die bis zu dem Zeitpunkt des Konzertes nicht wussten, was das ist. Und als dann ihre Kinder Digga Hals Maul mitgebrüllt haben oder Bruder vor Luder, ich glaube, da wird es viele Gespräche auch noch gegeben haben. So eine riesige Halle von Eltern vor, wo sie alle plötzlich gegenseitig noch am angucken sind, wenn der Song losgeht. Und dann gab es auch noch die Väter, die, weil ich mitten im Publikum war, mit so einer relativ großen Kamera dann natürlich auch Sichten versperrt habe, waren viele Väter, die mir sehr ärgerliche Blicke zugeworfen haben, wie ich es wagen könnte, jetzt dem achtjährigen Sven-Stefan da die Sicht zu versperren. Also ich glaube, Das ist aber auch scheiße. Ist auch scheiße, ist aber auf Konzerten so. Möchte ich dazu sagen. Aber ich war auch nicht die ganze Zeit im Konzert, sondern ich war irgendwie bei der Vorband in Anführungszeichen. Aber auch irgendwie YouTuber, da irgendwie Coversongs sind. Sagen wir mal, wer ist denn die fucking Vorband für die Lochis? Ich war auch irritiert. Ich hab, hieß da Justin... Biber? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich sagst du nicht. Es war irgend so einer, der halt Coversongs gesehen hat und das gesungen hat und zwar nur mit Gitarre und Loopstation und so und das war auch für sein Alter und so war das alles okay. Aber war halt, wenn ich mir den jetzt irgendwo anders vorgestellt hätte, der war halt gnadenlos ausgebucht. Überhaupt so Fans sehr, sehr dankbar, wenn auch das Konzert selber, war ich echt erschreckt, wie schlecht dann tatsächlich die Lochis singen können. Nicht, dass ich irgendwas anderes erwarte. Haben sie live gemacht? Sie haben nicht nur live gesungen, das war auch eine Bandarbeit tatsächlich. Okay. Ich hätte mich vorhin gefragt, ich hätte gesagt, 20 Euro, keine Band, da wird irgendeiner oder so, weißt du, aber da war wirklich eine Band dabei und der Schlagzeuger sah auch aus wie 40 und da gaben auch da die Gespräche vorher, hey, wir wissen, was wir hier machen, aber habt Spaß, ihr müsst beim, also hier, gerade du Schlagzeuger, du musst, du musst richtig, du musst Spaß haben und wenn, wirklich, ich weiß, das ist boom, tschack, boom, tschack, aber... Wenn du Berufsmusiker bist und dann kommt da halt so Mediakraft und sagt so, hier, wir haben Konzertreihe, keine Ahnung, 15 Konzerte oder sowas sind das dann, keine Ahnung, was der pro Abend kriegt, bestimmt irgendwie ein Tausender oder sowas oder ein bisschen mehr, das machst du dann schon, aber das, also ich wollte nur sagen, also gut gesungen haben sie nicht und auch, ich weiß nicht, wer wer von den beiden, von den Lochis ist, aber ein... Wer Loch und wer Is ist. So? Ich wusste auch nicht, dass sie Lochmann heißen tatsächlich, so, das sind auch so Sachen. Das eine Mikro war halt deutlich leiser als das andere. Das hat man immer bei den Ansagen gehört, wo ich dann so dachte, es sind schon so viele Sachen, wo man merkt, jeder weiß, was die da machen. Ich muss aber sagen, ich bin überrascht davon, dass sie die Tickets für 35 Euro dann rausgehauen haben. Und die halten da voll? Nee, ich halte das für wenig. Also ich fand das, ich glaube, mit den Kids als Fans könnten sie da auch 70 verlangen, die würden das voll bekommen. Oh, okay. Ja. Die sind so groß, ich glaube, du kannst da wirklich die total abziehen und die würden dafür auch ein Jahr lang sparen, um dahin gehen zu können. Deswegen, ich glaube, wenn es richtig fair wäre, wäre es halt nochmal die Hälfte von 35. Aber da habe ich dann doch zumindest ein bisschen Respekt vor, dass sie nicht nochmal das Doppelte davon verlangen. Ich komme, also gerade zu den Rock- und Metal-Konzerten und so weiter, da ist halt so 20 Euro ist so schon, so ist okay. Aber das ist dann natürlich, es war jetzt halt die C-Halle, C-Club, die C-Halle heißt es jetzt. 20 wäre sehr günstig gewesen und 35 fand ich jetzt schon so gefühlt irgendwie. Das finde ich halt okay. Ja, ich finde es halt ein bisschen viel, zumal jetzt halt auch nicht so krass viel geboten wurde. Also klar, ich finde es auch zu, ich bin da, wir sind da auch einer Meinung, ich finde es auch zu viel aus einer Sicht, was da geboten wird. Aus einer künstlerischen Sicht. Ich sage halt, sie könnten die Leute viel mehr abziehen, wenn sie wollen. Ja, das stimmt, das stimmt. Da gibt es auch noch ganz andere. Genau, und das ist ja so ein bisschen das YouTuber-Ding. Ja. Und da bin ich dann, vielleicht hat dann irgendwie der Manager oder irgendjemand von den beiden Doppelte gesagt. Nee, das ist ja alles Mediakraft. Also das ist... Aber Mediakraft würde nicht sagen, wir könnten dafür 70 nehmen, wir nehmen auch 35. Aber ich glaube, die sagen, okay, wir könnten 70 nehmen, aber das auch nur einmal. Ja, das stimmt. Und das Risiko, dass du dann von einer halbleeren Halle stehst, ist halt auch da, Und dann lieber Halle voll und dafür, keine Ahnung, gute PR und so. Und das, also kann ich mir dann schon vorstellen. Wie jetzt gerade. Ja, also ey, wenn ihr mal so ein richtig gutes Popkonzert erleben wollt, geht mal unbedingt, die sind bestimmt auch bald in eurer Nähe. Ich habe übrigens danach noch mit einer Security gesprochen, die da quasi dann aufgepasst haben, dass die Teens nicht total durchdrehen. Und der war so ein bisschen, was heißt ein bisschen, der war genervt. Und der sagte dann, Von dir oder von... Nee, nee, nee. Also wir haben es verstanden. Aber weil die immer, am Geländer hochgeklettert sind, so von den Wellenbrechern und von den Begrenzungen. Ich war auf der, auf der Rollstuhlbühne, hätte ich fast gesagt. Da gibt es ja immer so einen extra Bereich, wo dann die Rollstühle quasi ein bisschen mehr sehen, Rollstuhlfahrer ein bisschen mehr sehen, was ich immer super finde. Und da sind halt die Kinder immer hochgeklettert. Und der musste halt dann immer dahin, du da runterkommst, weil wenn und so. Und dann sagte er so, also das hier ist schon echt anstrengend, noch ekelhafter, und das war Zitat, noch ekelhafter, sind aber Schlagerkonzerte. Ja, das wäre das, das also unfassbarste. Da lassen sich die Leute volllaufen und meinen, sie sind sonst was Besonderes und benehmen sich wie die letzten Vollassis. Ja. Das ist wirklich das Schlimmste, sind Schlagerkonzerte. Das ist also richtig, richtig so, boah, richtig gemerkt, wie es so innen drin so raus musste. Ich meine, ey, das kann doch gut sein. Also, ich finde es nicht ausgeschlossen, dass die Lochis auch mal sich zu Schlagerkonzerten entwickeln. Naja, was ist es denn anderes? Ja, das war eigentlich ja. Schlager für Kinder. Deswegen, wenn sie irgendwie mal 30 sind, dann können die Lochis auch gerne mal bei dem, wie heißt der, Musikantenstahl auftreten. Also, zwischen deutscher Popmusik und Schlager, das ist ja, verschwimmen ja sowieso die Grenzen. Aber ich glaube, mit so Songs wie Bruder vor Luder, ich weiß nicht, obwohl doch, ich kann mir schon vorstellen, dass du da gut ankommst. Hör mal, mit der Musikantenstahl, wenn du irgendwo mit Bruder vor Luder mit sexistischer Kackscheiße ankommen kannst, dann glaube ich beim Musikantenstahl. Ich bin auch so, weißt du, ich bin auch so der Meinung, ich halte nichts davon, das komplett zu verteufeln. Ich finde es halt scheiße, aber ich glaube, du kannst es noch wesentlich, also, Was ist jetzt, die Lochis oder? Die Lochis. Achso, der Musikantenstahl, weil da lasse ich mich auf keine Diskussion. Doch, den Musikantenstahl bitte so viel verteufeln, wie es geht, aber die Lochis sind halt, Weak und Scheißfilme, an denen dann die Kinder Spaß haben, aber sie erzählen jetzt nicht, dass die Kinder mit der AK47 die ganzen anderen Leute abschlachten sollen und schön die ganze Kugel in die Nase ziehen sollen. Und was ich auch positiv einfach anmerken muss, ist, die nehmen das ja ernst. Also die Lochis selber, und da meine ich jetzt nicht mit, dass sie da durch die Gegend laufen und denken, sie machen hohe Kunst, sondern dass sie einfach die Bühnen-Performance, dass sie da Arbeit reinstecken. Und dass man merkt, die machen halt alles, was sie können im musikalischen Bereich. Das ist halt leider nicht viel. Also sie sind halt einfach keine Sänger. Ist halt einfach so. Und da kannst du machen, was du willst. Auch noch eine Band im Hintergrund und Pyro-Effekte und so CO2-Gasse. Du kannst da machen, was du willst, aber sie werden halt keine guten Sänger. Und dass du dann halt eine Musiktour machen musst, wenn du kein guter Sänger bist. Ich meine, das ist ja auch so ein Trend. Da kann man jetzt ja irgendwie auch halten, was man von will. Aber sie geben da zumindest alles, was sie haben. Und das muss ich an dem Punkt dann einfach auch mal positiv erwähnen. Zumal die jetzt auch echt nett waren und man nicht das Gefühl hatte, sie sind jetzt irgendwie ja so abgehoben oder halten sich für was Besseres oder so. Weißt du mir, aber ich weiß nicht, ist das so ein YouTube-Ding, dass immer alle Freunde sind? Also weil dieses... Was meinst du? Ich kenne das halt von Konzerten so, wenn dann die Künstler dann halt so ein bisschen so diese Gemeinschaft dann ansprechen. So hier, egal, dass ihr da seid und so und wir feiern jetzt ja eine geile Party und wir machen jetzt mal so, dass schon so ein Wir-Gefühl entsteht. Oh, was? Was machst du denn da? Ich wollte eigentlich... Scheiße, das hat mich gerade erschrocken. In meinem Handy war das alles. Entschuldigung. Dass dieses Wir-Gefühl aber im YouTube-Ding durch diesen Community-Gedanken ja nochmal was ganz anderes. Was anderes ist. Weil was mir aufgefallen ist bei den Lochis und auch bei den Künstlern, ich glaube, Kajef heißt da oder sowas. Kajef ist auch noch so einer, der dann auch dabei war. Die reden immer von Freunde. Und dann ist mir aufgefallen, dass das ja auch ein YouTube-Video ist, der ganz oft ist. Also dieses Freunde, wir sind alle Freunde. Ne, Freunde. Wir machen jetzt Freunde, Freunde, Freunde. Also da bin ich überzeugt davon, dass das Geschäftskonzept und kein ehrliches Meinen. Das ist halt... So machen sie ihre Kohle. Das ist ja... Wir sind komplett... Wir sind transparent und wir sind authentisch und wir sind eure Freunde. Du startest bestimmt damit, weil wenn du dann die paar tausend Abonnenten hast, denkst du das schon. Aber wenn du das ein paar Jahre machst, dann wird es halt so ein Geschäftskonzept. Weil einfach... Also es ist eine Floskel. Absolut. Weil bewusst weiß ich nicht, ob jetzt sich da die Lochis hinschauen und sagen, wir tun jetzt so, als wären wir Freunde, weil ich glaube die... Ich glaube auch nicht, dass sie das sagen, aber ich bin mir schon recht sicher, dass sie das wissen. Es ist ja nochmal was anderes, ob du etwas für dich weißt oder ob du das laut aussprichst und gegenüber deinen Freunden auch nur irgendwie nochmal aussprichst und dann deswegen so definitiv machst. Aber ich glaube, wenn die nachts ins Bett gehen, wissen sie schon, dass das ziemlicher Bullshit ist. Und dass das vor allen Dingen ein Geschäftskonzept ist, damit die Leute sich dir nahe fühlen. Aber ich meine, das ist ja auch nichts Neues. Das ist ja bei jedem Pops eigentlich so, dass die Fans von denen sehr, sehr als Kumpel und ich liebe euch. Ja, aber ich glaube, dass das gerade in diesem YouTube-Kontext nochmal eine ganz andere Häufigkeit hat. Also weil ich dann, dass jeder, ich habe von Ausversehen ein Video von Flying Uwe gesehen, wo der auch dann dieses Wort... Das ist der Fitness-Typ, oder? Das ist dieser Fitness-Typ. Und wo der auch dann öfter gesagt hat, Freunde, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. und so eine Beiläufigkeit dann hat, aber die ich aber jetzt zum Beispiel eben von diesen, was weiß ich, anderen Konzerten oder sowas. Oder ist ja jetzt auch nicht so, dass sich da irgendein Filmstar hinstellt und dann von seinen Fans als Freunde spricht oder sowas. Ja, das hat nicht diese Regulär... Also das ist nicht so normal wie auf YouTube. Ich würde schon sagen, dass ich das schon von vielen kenne, auch größeren Stars. Aber du stimmst dir auf jeden Fall zu, dass das bei YouTube einfach Standard ist. dass der große YouTuber seine Community als seine Familie, La Familia, so interpretiert. War das eine Antibialog auf irgendwas? La Familia? Gronkh. Gronkh mit seiner Community La Familia. Oder die Community nennt sich selbst so. Ich will das jetzt nicht ihm irgendwie anschreiben, dass er das erfunden hätte. Aber zumindest diese Community sieht ihn und sich selbst als große, dicke Familie. Und ja, das bin ich halt nicht so ein Freund von. Wir geben uns ja jetzt mal, wenn man das mal bei Hook nennen darf, was die Firma von mir ist und einem weiteren Kollegen, dem Tom, kennen die meisten von euch sicherlich, wo wir uns halt immer Mühe geben, uns immer sehr deutlich zu machen, wie dankbar wir sind und wie sehr wir auf dich angewiesen sind. Nicht nur finanziell, sondern auch moralisch. Also wie viel Wert halt die Kommentare sind und die Meinungsäußerung von ihm für uns. sondern dass wir auch, naja, dass das halt mehr ist als einfach nur Geldgeber. Also wir kennen ja die einzelnen Namen und sowas und ich würde aber nicht sagen, und das ist auch etwas sehr Bewusstes, dass wir eben nicht draus gehen und sagen, ey, wir sind jetzt eure besten Freunde. Weißt du, ey, kommt bei uns privat vorbei. Das sagt ja auch die Lochis nicht, das ist ein dober Vergleich. Aber wir geben uns sehr, sehr Mühe, dass wir trotzdem auch deutlich machen, dass wir noch ein Privatleben haben und dass schon eine Trennung dort stattfindet. Und die findet ja nicht statt. Das hat vor allen Dingen, glaube ich, damit zu tun, dass halt viele YouTuber nur ein begrenztes Privatleben neben ihrer Arbeit haben, weil ihr Privatleben zu großen Zeilen ihre Arbeit ist. Und das ist dann natürlich nochmal ein besonderer Dreh daran, sodass es bestimmt auch viele oder einzelne größere YouTuber gibt, die das tatsächlich so interpretieren und damit vielleicht irgendwie was, ein Loch schließen, das sie sonst irgendwie nicht haben. Aber das ist jetzt auch zu viel rein interpretiert. Ja, ich glaube, wenn du da wirklich aufwächst in diesem Umfeld, dann ist das nochmal was anderes. Also es gibt ja auch so, keine Ahnung, große YouTuber, Floyd oder sowas, die ja da auch trennen, genug trennen und die nicht in den Videos, also wenn sie das sagen, hat das einen anderen Kontext, eine andere Bedeutung. Da finde ich es immer so, als ob da genau so eine Trennung auch stattfindet. Ja, genau so. Aber wenn du wirklich in einem sehr jungen Alter anfängst, wie es halt bei den Lochis der Fall ist und dann wirklich so aufwächst, eben mit diesem Gemeinschaftsding und wir alle und bla und wir sind doch alle zusammen, eine Familie und eine riesen Freundesgruppe, was dann ja bei, weiß ich nicht, wie vielen Millionen Abos, die dann irgendwie haben, ja auch total dämlich ist eigentlich. Also wenn du darüber nachdenkst. Mir ist es nur irgendwie aufgefallen, ich fand das dann ganz faszinierend, dass da dann eben zu sehen, wie die dann die ganze Zeit Freunde, Freunde, Freunde gesagt haben, unsere Freunde, die haben die goldene Kamera gekriegt übrigens im Digitalbereich für Musik, Act. Halt die Fresse. Würde ich an der Stelle nur nochmal sagen. Ist es gevotet von den Zuschauern? Bestimmt, oder? Ich bin mir jetzt nicht. Ich meine, ich habe gehört, dass die goldene Kamera eigentlich nicht gevotet ist, aber speziell diese Online-Dinger schon. Äh, nee. Es gab oder es gibt Segmente im goldene Kamera Digital Award, die durch die Community bestimmt werden. Welcher? Also, wer votet das dann? Eine Jury? Ja, ja, das ist mir klar, aber was für Horrorköpfe sitzen denn da drin? Ich möchte mich jetzt nicht so weit, also ich bin dir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber in dem Bereich meine ich, dass es eine Juryentscheidung war. Das ist ja peinlich. Also das ist wirklich peinlich. Ich weiß aber nicht, wer die Jury war oder ist in dem Fall. Das ist, habe ich aber oft das Problem, das Gefühl, dass Deutschland und seine Awards, sei es ein Fernsehpreis oder, okay, Echo ist ja sowieso eine Chartplatzierung. War doch Echo, oder? Der die Verkäufe einfach nur? Echo ist, ja, ja, verkauft. Da gibt es auch Publikumsdinger. Deswegen müssen Rammstein da hin und wieder auch mal Preise hinnehmen. Ja, genau, aber ich habe ganz grundsätzlich das Gefühl, dass die Preisvergabe in Deutschland immer von Verkäufen oder Fan-Zuspruch abhängig ist und es hier sehr, sehr wenige Awards, große Preise gibt, die aufgrund einer kritischen Jury Also der Computerspielpreis? vergeben wird, weißt du? Und die dann auch ignoriert, ob was erfolgreich war oder nicht. Ja. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass es irgendeinen Grund dafür gibt, die Lochis in der Musik auszuschleichen, außer damit holen wir Aufmerksamkeit zur goldenen Kamera, weil die ganzen Lochifans das dann sehen. Ähm, ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, ja, du arbeitest. Ich weiß ja, wer auch noch nominiert ist. Achso, ja, das solltest du nicht sagen. Aber die Nominierungen sind doch schon bekannt, oder? Die Nominierungen sind, glaube ich, da müssten eigentlich schon bekannt sein. Ich will es jetzt gerade nicht riskieren irgendwie. Aber du bist ja sicher, dass die Lochis bekannt gegeben ist schon. Naja, das war halt live während einem Konzert, haben die diesen Preis bekommen. Deswegen waren wir halt da und haben heute auch gefilmt. Aber, wie gesagt, ich weiß jetzt, aber ich kann absolut nachvollziehen, dass man sich da hinstellt und sagt, ja, Moment, die Lochis bekommen jetzt wirklich das allererste Mal, ist ja verliehen quasi, der neue Kamera, digitale Word. Und dann bekommen die Lochis den. Er rückt vielleicht auch meine Geschichte nochmal in einen etwas absurderen Kontext. Ja. So, Spongeboss ist dann der Nächste, der nächstes Jahr kriegt nachdem. Der kann ja offensichtlich wenigstens rappen. Ja, der kann auch Double-Time und Vergleiche. Über die grundsätzliche Not der YouTuber immer einen Song zu machen, sobald sie bekannt genug sind, können wir, glaube ich, grundsätzlich auch später nochmal sprechen, gerne. Bestens ist, wenn sie Hip-Hop-Songs machen. Ich habe die Tage ein YouTube-Video, nur die Überschrift von einem ApoRed-Video gesehen, wo die Überschrift war, ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber es war sinnbildlich, jeder YouTuber meint jetzt rappen zu müssen, böser Smiley dahinter. Ich möchte wiederholen, dass ich dieses Video auf dem Kanal von fucking ApoRed gesehen habe. und dann ist die Realität in sich selbst eingeknickt und seitdem, glaube ich, ich lebe in der Mars-Rex. Da hat sich dann ein schwarzes Loch geöffnet. Da hat dann die Ironie den Rest dieser Welt verschluckt und wir leben jetzt in einer Welt, in der ApoRed bei der Vereidigung von Trump singt. Das wäre doch schön. Boah. Hast du da gesehen, was ich da getweetet habe? Das muss man nur kurz sagen. Der Typ, der bei der, bei V-Music-Ankündigung vor fünf Jahren oder so was Schlagzeug gespielt hat, wisst ihr das noch, der so komplett ausgerastet ist, der spielt bei der Vereidigung von Donald Trump, weil, unter anderem, weil halt kein Mensch da mitspielen wollte und Three Doors Down. Der ist DJ, oh Gott, was, echt? Ja. Wow. Und ansonsten wirklich nur so Typen, von denen noch nie jemand gehört hat, weil es irgendwie so eine lokale Country-Sängerin ist, die noch nie was Großes gemacht hat. Ja, aber Three Doors Down und der DJ sind die bekanntesten, die da mitmachen. Oh, Three Doors Down. Das ist so geil. Die haben, wie hieß der Song? Die haben ja Kryptonite gemacht, aber das kenne ich gar nicht. Der ist ja wohl mega bekannt, aber den habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Aber die haben auch, wie heißt der andere Song, der so mega bekannt ist? Ich bin, ich weiß es gerade nicht, ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Okay, na, ist egal. Ich überlege gerade, ob die irgendwas mit dem Label vom Nickelback-Boss Chad Krueger zu tun haben. Von Nickelback bei Donald Trump, das wäre so schön. Three Doors Down, nee, da gab es noch irgendwie was anderes. Deadman, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, die haben nichts damit zu tun. Also Superman ist ein Teil, das singen sie bei Kryptonite die ganze Zeit. Superman, doch, den kenne ich. Ja, das ist Kryptonite. Wer hat denn Dings, ach, scheiße, wie cool ich jetzt habe ich nicht auf den Namen. Ja, ja, das reichen mir bestimmt. Ihr wisst es ja schon, ihr habt doch schon Ja, auf jeden Fall seit 15 Jahren nichts mehr gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch, bei Trump-Vereidigung auftreten. Ja, hey. Ich meine, ich kann es voll verstehen, wenn du seit 15 Jahren keinen Erfolg mehr gefeiert hast und dann gefragt wirst, und dann gefragt wirst, willst du beim Präsidenten, wir geben dir 20.000 Euro oder wahrscheinlich sogar mehr, auftreten, weil sie brauchen irgendjemand, der es macht, dass man dann denkt, also ich gebe mir jetzt Benefit of the Doubt, dass man dann so denkt, also eigentlich will ich es nicht, aber es ist der Präsident und dann kann ich in meinen Lebenslauf schreiben, ich bin mit dem Präsidenten aufgetreten und dann denkt man halt nicht, beim letzten Präsidenten der Vereinigten Staaten sind wir aufgetreten, nachdem dann, das ist doch auch schon schön. Ah, ah, Egal. Das sind schon wieder so Trump-Reflexe, ey, das ist, ah. Aber da gibt es so viel drüber zu sprechen, aber das machen wir jetzt erstmal nicht, oder? das würde jetzt, glaube ich, das wieder alles füllen, aber ich möchte nur sagen, es wäre wirklich eine golden opportunity, aber wir nehmen sie jetzt nicht in Anspruch. Ich kann für mich zumindest sagen, die Dinge, die ich erwartet habe, die passieren, passieren in völlig absurderer Art und Weise noch viel schlimmer und noch viel katastrophaler und es ist viel absurder, als ich mir das alles je vorgestellt habe. Diese ganze Russland-Putin-Nummer ist einfach zu. So, hallo, liebe Rateln. Hi. Wir machen mal eine Frage, was los, wie geht's dir? Geht's dir gut, Freund? Das ist von, mal gucken, ob du dich dran erinnerst. Hallo, liebe Rateln, ich bin es wieder, der Mann mit den Frauenproblemen der anderen Sorte. Und zwar ging es darum, ich habe jetzt den Namen hier nicht mehr drin, dass er zu viele Frauen hatte, wo wir gesagt haben, das ist voll der Checker. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich daran, dass wir irgendwann mal hatten, wo wir zum Schluss gekommen sind, dass das so ein Humble-Brag war, jemand, der so eigentlich von angeben wollte. Genau. Ich kann mich nicht mal an die genauen Umstände erinnern. Ich glaube, haben es so ein bisschen interpretiert und haben gesagt, oi 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 TV. So, der Mann mit den Frauenproblemen. Vorab, meine Freundin kommt mittlerweile damit klar, dass es ein paar mehr Frauen waren. Sie sagt nur noch ab und an, guck mal, die sieht doch geil und schlank aus. Das wäre doch was für dich, oder? Aber darüber stehe ich mittlerweile. Ich liebe sie ja. Glücklicher Smiley. Frage, mein heutiges Problem betrifft wieder meine Freunde. Alter, also wirklich. Wir wollen zusammenziehen. Zwei Ausrufezeichen. Es gibt aber einen Haken. Wann weiß man, dass die Frau die Richtige für das ganze Leben ist? Heutzutage trennen sich doch immer mehr Leute, die in einer Ehe sind. Denkt ihr nicht auch, dass die Medien das große Problem sind, müsste es heißen? Früher hatte man einen Partner und es ist eigentlich sehr selten vorgekommen, dass man betrogen wird. Denn dann galt man in der ganzen Nachbarschaft als treuloser Sack oder sonstigem. Man fand in der Stadt dann nur noch ganz schwierig jemanden, weil man diesen Ruf hatte. Was? Heutzutage ist es so einfach, jemanden kennenzulernen, ohne dass der Partner jemals was davon mitbekommt. Es gibt so viele Portale, wo man auch nur nach Sex suchen kann. Ich denke, dass es heutzutage viel zu einfach ist, sich was Neues zu suchen. Und deswegen trennen sich so viele Leute in unserer Zeit. Und jetzt nochmal die eigentliche Frage. Können die mir einen Tipp geben, wie ich sicher sein kann, dass sie die Frau fürs Leben ist? Jesus Christ! Da sind so ein paar Dinge, wo ich denke, da haben wir einen ganz guten Diskussionsansatz. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie diese Sache hier sind. Habe ich das gerade richtig interpretiert, dass du das ankreidest, dass man heute einfacher, dass man heute nicht mehr vom Stadtrat dafür ausgepeitscht wird, übertrieben. Dass man sich von dem Partner trennt, den man nicht mehr liebt. Ist das ein negativer Punkt? Man wird halt nicht mehr von der Nachbarschaft ausgebucht dafür. Ja genau, aber weiterführen ist ja die Begründung, dass man deswegen, weil man dann diesen Ruf hat, niemanden mehr findet. Aber das ist doch nichts, wo man sagen muss, Arsch, das ist doch nichts Positives, dass deswegen Leute sich nicht scheiden lassen, weil sie Angst davor haben, wie die Nachbarschaft reagiert. Das ist doch was Gutes, dass das heute akzeptiert wird, dass man nur zusammen ist, wenn man sich liebt. Und wenn man sich nicht mehr liebt, dass man auseinander geht. Das ist doch nichts Schlechtes. Was ist denn los mit dir? Was? Ich finde auch, dass der Part 1 dieser Frage, wann weiß man, dass die Frau die Richtige fürs Leben ist oder dass der Partner der Richtige fürs restliche Leben ist, nicht so viel damit zu tun hat, dass man, wenn man den Ehepartner betrügt, dann ins Dorf getrieben wird. Das sind so zwei Sachen. Also ich finde diesen Grundgedanken zu sagen, heute ist die Kontaktaufnahme ja viel einfacher als früher, weil wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten, gerade durch das Internet in erster Linie ist ja der Punkt. Was das jetzt damit zu tun hat, dass man Bescheid weiß, dass vielleicht der Partner gut für die nächsten Jahre ist, das sind ja so zwei verschiedene Bereiche. Ja ey, also wenn es davon abhängig ist, ob du jemanden betrügst, wenn es davon abhängig ist, wie einfach ein Zugriff, wie einfach das für dich ist. War es bei den Wikingern ein einfacher Traum? Was heißt auch früher? Also ich glaube, die Prämisse ist falsch, die du hier erzählst, dass früher irgendwie weniger betrogen wurde oder sowas. Vielleicht wurde weniger geschieden, ich kenne die Zahlen nicht, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das heißt jetzt auch nicht, dass früher weniger betrogen wurde oder sowas. Aber auch diese Prämisse, dass du das halt ankreidest, dass es heute einfacher ist, jemanden zu betrügen. Oder dass es ein Grund wäre, sich nicht jemanden zu binden, weil es einfacher ist, jemanden anderen zu finden. Nee, 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 ich glaube, da bringst du zwei Sachen zusammen, die nicht zusammengehören eigentlich. Also heutzutage, ich zitiere nochmal, heutzutage trennen sich immer mehr Leute, die in einer Ehe sind. Kann ich mir vorstellen, weil es, glaube ich, vielleicht gesellschaftlich nochmal anders angekommen ist. Kann ich mir auch vorstellen, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, also gerade wenn ich so an meine Oma und so die Eltern drüber, da war Trennung und Erscheiden lassen noch einfach ein Ding. Und ich möchte damit sagen, ich kenne die Nummer nicht, du, glaube ich, gerade auch nicht, deswegen möchte ich da nur... Die exakten Nummer nicht. Nee, nee, das stimmt. Wir wissen nicht, ob das wirklich so ist. Gefühlt kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das der Fall ist. Und dann kommt ja aber sein Satz, denkt ihr nicht auch, dass das Problem die Medien sind? Und mit Medien meint er, glaube ich, die Portale. Ja, aber das Problem. Genau. Als ob es ein Problem wäre, dass du einfacher neue Leute kennenlernst. Und, pass auf, lass mich großartig sprechen. Ja, ja. Wenn du dich von deiner Freundin trennst... Dann ist das, weil du sie nicht genug liebst oder weil du sie betrügst oder weil du jemand anderem dich verliebt hast. Dann ist... Oder auch andersrum. Kann ja andersrum genauso passieren. Die Verantwortung... Ja, nee, ich meine das gar nicht. Ich meine das auch gar nicht nicht konkret. Sondern ich meine Mann, wenn Mann sich trennt. Dann die Schuld nicht bei sich... Also in Anführungszeichen die Schuld... Den Grund dafür nicht bei sich selbst zu suchen oder bei dem Partner, sondern bei dem Medium, das man nutzt, das finde ich sehr schwer nachzuvollziehen. Weil zu sagen, wie soll ich denn mit jemandem zusammenziehen und wie kann ich denn mit jemandem zusammenleben, wenn ich gleichzeitig auch so einfach eine über Zinder finden kann. Okay. Ich glaube, da haben wir was. Weil, pass auf, dadurch, dass du überall prognostiziert bekommst, es gibt jemanden Besseren. Also ich... Ganz, ganz... Dadurch, dass du immer... Also mit diesen ganzen Elite-Partner.de, bla, 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 keine Ahnung. Und ich weiß jetzt nicht, ob er da zum Beispiel, wenn du bei Tinder immer unterwegs bist oder sowas und die Leute sich so unglaublich positiv darstellen, dass du dann vielleicht schneller das Gefühl vermittelt bekommst, du verpasst was, weil es gibt immer jemanden Besseren. Vielleicht ist das sein Ansatzpunkt. Oder ist das sein Gedankengang. Das klingt jetzt sehr runtergebrochen, aber dass das Angebot von idealeren Partnern dir immer unter die Nase gerieben wird, wenn du da, keine Ahnung, irgendwie drin bist, dass du dann das Gefühl hast, dass der Partner, den ich habe, nicht der Perfekte ist. Da bin ich bei dir. Auch da würde ich aber eingrenzen, denn solange du nicht vor 30 Jahren in einem Dorf gelebt hast, wo 100 Leute drin gewohnt haben, wo du eine Frau kennengelernt hast und das war's dann, sondern sobald du in der Stadt wohnst zum Beispiel, sei es auch eine 30.000-Menschen-Stadt, auch da wirst du dann mehrere Dutzend Frauen wahrscheinlich kennenlernen im Laufe eines Monats auch nur, die wahrscheinlich sehr hübsch aussehen oder wo du sagst, die ist ja cool. Du hast ja jetzt statt irgendwie 12 hast du 1200, ja, aber diese Versuchung ist jetzt ja nichts Neues. Du hast sie in einer höheren Quantität, ja, aber ich weiß halt nicht, wie relevant die Quantität da wirklich ist. Mal ganz unabhängig von der Frage, genau, weil diese Versuchung ist ja was, wo man eigentlich drüber reden müsste. Ja, genau, das ist nichts Neues, aber woher kommt denn die Versuchung, dass du tatsächlich gerade immer bezweifelst, dass deine Freundin überhaupt gut ist, für dich geeignet ist oder was auch immer. Das ist die eine Sache. Diese ganze Geschichte finde ich von Anfang an völlig unverständlich. Ich glaube, er möchte eigentlich, da trifft sich wahrscheinlich auch dann die eigentliche Frage, nämlich woher weiß er denn, dass seine Freundin die Frau fürs Leben ist, in Anführungszeichen, was eine Frage ist, die wir, glaube ich, ziemlich einfach behandeln können, machen wir aber gleich, dass du dadurch, dass du eben durch diese ganzen Portale und bla 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 noch mal eine andere Form der Präsentation oder der Selbstpräsentation hast, als wenn du jetzt, genau, wo du dich auch optimal irgendwie darstellen kannst, wie du es möchtest und halt auch lügen kannst natürlich. Das ist natürlich was anderes, als wenn du im Frühjahr durchs Dorf gegangen wärst und dann eben, keine Ahnung, mit der Stefanie dann irgendwie nochmal gequatscht hat, hast die, halt dann erfährst du ja von der nichts. Oder wenn es auch nur visuell ist, weil das ist ja dieses Ding, läufst du durch die Straße und dann denkst du, oh, so und so, das ist ja noch was anderes, als wenn du dann da, keine Ahnung, vielleicht auch unbewusst auf der Suche bist, auf Tinder und dann stehen da irgendwelche Sachen und die findest du dann irgendwie cool, hey, die hat ja gleich einen Hobbys wie ich, dass das nochmal eine andere Welt und eine andere Qualität vielleicht ist. Ich stimme schon, natürlich gibt es da mehr Möglichkeiten. Aber ob das jetzt mit den Scheidungen zu tun hat, das wage ich auch zu betrachten. Da, genau, ich finde halt, dass in irgendeiner Art und Weise in eine Kausalität zu bringen, zusammen mit, ich weiß nicht, ob ich mich mit der zusammen, oder woher weiß ich. Es ist für mich einfach nicht relevant, sobald ich in einer Beziehung bin und jemanden liebe. Genau. Ist das einfach nicht mehr relevant. Wenn ich dabei immer noch im Hinterkopf habe, aber es gibt mehr und zwar nicht einfach nur so als lustiger Gedanke zwischendurch, sondern mich das beschäftigt, dann ist das offensichtlich nicht die Liebe, von der ich dachte, sie ist es. Also wenn ich jetzt von mir spreche, wenn ich verliebt bin, dann finde ich auch andere Frauen sexy und denke mir, die ist ja hübsch und, ne, aber ich habe nicht als konkreten Gedanken in mir, soll ich meine Freundin verlassen und auf OkCupid mir eine Affäre suchen. Ich kann ja immer aus der Erfahrung einer mehrjährigen Beziehung sprechen. Ach das. Ich weiß nicht, ob ich jetzt große Illusionen zerhaue, aber kein Mensch ist perfekt und es gibt auch nicht die perfekte Beziehung. Das hast du schon öfter gesagt, ja. Ich möchte es an, ja, ja, aber das ist ja so ein Kontext, der hat es vielleicht nochmal einen anderen Wert, weil immer wenn zwei Menschen sich zusammenfinden, es mag vielleicht die großen Ausnahmen geben, wo man sich so perfekt ergänzt, dass wirklich alles toll ist und man fühlt sich komplett ausgelebt und so, aber meiner Erfahrung nach bringt eine Beziehung auch immer Kompromisse mit sich, die man eingehen muss. In dem Moment, wo zwei Menschen zusammenleben, gerade wenn man dann auch wirklich zusammen wohnt, wenn zwei zusammen leben, dann geht man immer Kompromisse ein und die muss man auch eingehen, aber man gibt sie für was Größeres auf. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich zumindest auch sehr pragmatisch sehe und die ich auch sehr, sehr schön finde, wenn man dann eben jemanden hat, den man liebt und dann eben mit dem zusammenwunden. Das funktioniert alles. Es ist alles harmonisch, aber man streitet sich aus, aber es ist natürlich eben nicht dieses perfekte Ding. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass ich jetzt in, keine Ahnung, im Rest meines Lebens, also wenn es vielleicht noch 50, 60 Jahre so irgendwie dann sind, kann ich mir vorstellen, mit meinem Partner zusammen zu sein. Fände ich auch sehr schön. Aber zu erwarten, dass ich das nach, keine Ahnung, einem Monat weiß oder nach zwei Jahren weiß oder so und dann auch sage, hundertprozentig weiß ich das, das ist ja auch Quatsch. Das weiß halt keiner. Weil der, auch eine Sache, dieses, haben wir auch schon mal drüber geredet, dass dieses Erwachsenwerden und jetzt bin ich 20, jetzt bin ich erwachsen. Ja, habe ich damals auch gedacht, als ich 18 war, dass ich erwachsen bin und jetzt irgendwie die Weisheit komplett gefressen habe und die Welt verstanden habe. Man entwickelt sich immer weiter und man entwickelt sich immer anders. Und wenn auch zwei Menschen zusammen wohnen und so und leben, auch da entwickelt man sich weiter. Und es kann auch durchaus sein, dass man sich auseinander entwickelt. Das weißt du aber nicht und das ist auch kein Grund dann zu sagen, nee, da trenne ich mich jetzt lieber gleich, weil das ist nicht der perfekte Ehepartner für den Rest meines Lebens. Ja, absolute Zustimmung. Das ist halt auch Quatsch. Also, du weißt es nicht. Ich plädiere darauf, wenn du es jetzt cool findest, wenn es jetzt Spaß macht, wenn du jetzt sehr verliebt bist, dann ist doch alles wunderbar, dann genieß das einfach jetzt und mach dich nicht mit so einem Quatsch fertig wie aber auf Tinder ist jemand, die findet Reiten und Motocross genauso geil wie ich. Ja. Bringt nicht so viel. Ja, Zustimmung. Ja. Ach komm, wenn wir gerade hier so schön über Beziehungen reden, habe ich hier noch eine. Bonjour, sehr geehrte die Ratsherren. Ich finde schön, dass sich das auch so eingebürgert hat mit die Bonjour und die Ratsherren. Warum hat es denn Bonjour eingebürgert? Das ist das erste Mal, dass jemand Bonjour gesagt hat. Nee, das stimmt gar nicht. Ich erinnere mich immer wieder sehr gerne an meine französische. Ich sage nicht Bonjour. Dankeschön. Bonsoir. Ich stecke zur Zeit in einer für mich persönlich nicht so einfachen Situation. Im Sommer haben sich gleich drei Ausrufezeiten Partnerinnen von meinen Freunden getrennt. Infolgedessen kamen übliche Trennungsreaktionen über Frustenttäuschung und natürlich das übliche Ich suche mir jetzt eine neue. Ich finde es interessant, dass die drei Partnerinnen sich von den Freunden getrennt haben und nicht die Freunde von den Partnerinnen und zwar bei allen. Über die Zeit, teils durch Abweisung von Frauen und durch Begebenheiten, Begegnungen mit den Ex-Partnern, die sich leider bei einem gemeinsamen Freundeskreis nicht vermeiden lassen, hat sich eine gewisse ähm, äh, äh, eine, eine, was, was? Dispektierlichkeit gegenüber Frauen bei zwei von meinen Freunden eingeschlichen sowie das zwanghafte Verlangen, jede halbwegs gutaussehende Frau anzusprechen, diese aber bei Zurückweisung als prüde oder verschlossen zu beschreiben. Dieses zwanghafte Verhalten geht mir nun, ja? Prüde ist vielleicht auch nicht das Wort, was diese Freunde sagen, wenn ich das so höre. Prüde, ja, ich frage mich und so sehr, die ist aber auch Prüde. Dieses zwanghafte Verhalten geht mir nun nach gut einem halben Jahr auf gut Deutsch gesagt ziemlich auf den Sack. Es wirkt fast so, als wäre diese Einstellung vorhanden, dass man als Single, als Mensch zweiter Klasse gilt. Vorher hatte ich ihnen noch mehr zugestanden, da sie ja frisch getrennt waren. Nun zu meinem Problem, da ich durch meinen Lebensstil und meiner beruflichen Situation noch nicht in den Genuss einer längeren Beziehung gekommen bin, habe ich ein Problem, damit ich mit dem Thema, äh, damit, damit wie ich, was? Moment, habe ich ein Problem damit, wie ich mit dem Thema an die beiden herantreten soll? Er hat ein Problem damit, Komma, wie er an die beiden herantreten soll. Damit Komma, wie, ah ja, okay, genau. Ich weiß, dass ihre erste Reaktion sein wird, du verstehst das nicht. Aber ich weiß ja gar nicht, warum du überhaupt an die beiden herantreten musst damit. Äh, Moment, ich führe gerade zu Ende. Achso, das war's. Hattet ihr schon ähnliche Erfahrungen und wie würdet ihr in meiner Situation mit, äh, ihnen reden, beziehungsweise mit dem Thema umgehen? Macht weiter so bei Hooked und den Ratsherrn. Liebe Grüße, Tobi. Ähm, also ich bin ja, ich bin ja, ich bin jetzt auch schon sehr lange Single und ich bin ja jetzt auch niemand, der da groß, ähm, völlig, äh, depressiv wegen wird, weil das, ich bin halt so ein Typ, ich bin sehr gerne alleine. Äh, also es ist halt tatsächlich einfach so, ich bin halt wirklich sehr, sehr gerne alleine. Ähm, und das halt, wenn ich halt, ich hab auch in meinem Freundeskreis, in meinem größeren Freundeskreis auch Leute, ähm, boah, die kenne ich jetzt seit zehn Jahren und die waren nie Single wirklich. Ähm, und die haben teilweise auch dann innerhalb von zwei Jahren drei oder vier Beziehungen. Und da ist es halt wirklich so, ganz oben steht, eine Beziehung zu haben. Ähm, und das ist halt einfach der Fall, weil für diese Leute, so sehr wie ich es genieße, allein zu sein, so sehr brauchen diese in ihrem Leben, dass sie immer jemanden haben. Ähm, wie, dass sie jemanden haben, mit dem sie ins Bett gehen, dass sie jemanden haben, mit dem sie ihre Sachen gucken können, dass sie immer jemanden haben, mit dem sie sprechen können. Ähm, und das hab ich halt genauso in die, in die andere Richtung. Aber ich verstehe halt nicht so ganz, wieso das ein Problem ist. Ähm, weil die können doch ansprechen, wen die wollen. Warum beeinflusst das denn dich, den Fragesteller? Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, er halt so ein bisschen die Abladestation ist, wenn dann wieder mal eine Frau gesagt hat, äh, nee, fand ich jetzt nicht so geil, geh mal weg. Und dann beschweren sich die Freunde quasi bei ihm. Also so verstehe ich das, dass er da so ein bisschen immer drinsteckt und dass es immer wieder Thema einer Diskussion wird, die er eigentlich gar nicht führen will, ähm, weil ihnen das alles ein bisschen ankotzt, wie, äh, wie sehr die sich irgendwie auf eine Beziehung stürzen wollen und das aber zu nichts führt und dass das deswegen immer wieder und immer wieder hochgebrodelt wird. Ähm, also wie er da mit den Leuten sprechen kann, ich würde es einfach normal ansprechen, das ist jetzt glaube ich nicht so. Aber ich weiß nicht, wie man das anspricht, also was, was spricht man denn, also, Naja, zum Beispiel eben die, genau das hast du gesagt, es gibt halt Leute, die, die suchen eben eine Beziehung dringend, ähm, aber ich hatte das auch mal im Freundeskreis, dass da eben dann, äh, Personen einfach versucht haben, so krampfhaft, wie es nur irgendwie ging, eine Beziehung aufzubauen. Also dann irgendwie Leute gedatet haben und quasi nach einer Woche da eine feste Beziehung draus machen wollten. Ja, ich hab mich getrennt, aber du kannst ja erst seit zwei Wochen. Ja, ne, wirklich solche Sachen und das dann, ähm, natürlich, also, im Normalfall verschreckst du ja Leute auch damit. Also, wenn, wenn, wenn ich mich an ganz früher erinnere, wenn, wenn da dann irgendwie, äh, ein Mädel gesagt hat, nach einer Woche oder nach zwei Wochen gesagt hat, äh, ja, du, wie wärst du mit zusammenziehen? Ja, dann ist das so, hm, nee, ja, und so und das, braucht halt irgendwie dann auch seine Zeit und, ähm, auch bei, bei, äh, besagten Erfahrungen im Umfeld war es dann halt so, dass das zu nichts geführt hat beziehungsweise immer nur wieder zum, zum selben Ergebnis und man als Außenstehender, und deswegen kann ich schon, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen, dass das nicht, als Außenstehender der Sissen sagt, ja, aber vielleicht ist nicht nach einer Woche angebracht, davon zu reden, ob man drei Kinder haben möchte oder solche Sachen, sondern, ne, das, das wirkt halt so, ähm, so, wie, ja, ohne dass es wertend ist, so offensichtlich fehlgeleitet so offensichtlich zum Scheitern verurteilt, was dann diese Personen, ähm, da versuchen. Es ist halt, genau, aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte, als das, was hier angesprochen wird, wo halt Leute konstant, wenn sie Single sind, nach Partnern suchen. Ja, naja, weil das ist halt wirklich was, wo man, so, du, das kannst, da kannst du sie halt, deswegen halte ich das Ansprechen für so schwierig, weil, was ist da der, die eine Herangehensweise, macht das nicht mehr, macht das weniger, ähm, hört auf mit mir über die Sachen zu sprechen, die euch beschäftigen. Ja, okay. Das sind halt alles keine guten Ansatzpunkte, ähm, weil das ist halt was sehr, also, die, also die eine Sache, ich gehe jetzt gerade davon aus, dass es halt Leute sind, die, wie die Leute, die ich kenne, halt einfach für sich emotional einen Partner immer brauchen und die das, um, um vernünftig irgendwie ihren Alltag zu bewältigen, brauchen sie, brauchen sie immer jemanden. Äh, und das meine ich jetzt auch gar nicht negativ oder kritisierend, das ist völlig in Ordnung, da gibt es viele Leute, die einfach einen Partner haben möchten, in allen Lebenslagen, völlig in Ordnung. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, und das gibt's ja auch, dass das halt Leute als, naja, also, er sagt selbst, er hätte das Gefühl, er würde wie eine, eine Person zweiter Klasse als Single angesehen werden, da, da frage ich mich jetzt, geben die ihm da Grund für, das zu fühlen, ähm, indem sie ihm das irgendwie, unterschweigig sagen, oder eben sie Witze darüber machen, oder interpretieren, oder fühlt er sich da einfach automatisch von angegriffen, weil das sind zwar auch eine sehr unterschiedliche Dinge, wenn er sich automatisch davon angegriffen wird, und automatisch dieses Gefühl bekommt, ist es halt einzig und allein sein Problem, weil er selbst, weil vielleicht da eine Unsicherheit herrscht, wenn sie ihm aber das Gefühl geben, indem sie irgendwie, irgendwie da Witze machen, oder pieken, oder den dazu ermutigen, macht das doch mal auch mehr, dann wiederum hast du einen sehr akuten Ansprechgrund, also dann gibt's, ey, deswegen möchte ich mir mit dem mal drüber reden, aber wenn es einfach nur ist, dass du dich unabhängig von ihrem Verhalten davon angegriffen fühlst, was halt an der eigenen Unsicherheit liegen könnte, dann halte ich das dafür kritisch, da sie für zu kritisieren, oder sie dafür anzusprechen zu wollen. Also ich glaube, was ihn stört, wenn ich das hier so lese, äh, hat eben damit zu tun, dass die, diese, diese Freunde, äh, versuchen, eine, eine Beziehung oder Frauen kennenzulernen, abgewiesen werden, sich bei ihm darüber beschweren, und erwarten, dass er da so einstimmt, in dieses, äh, ja, das ist immer alles deren Problem, von diesen Frauen, die angesprochen werden, weil die sind ja prüde. das ist halt was, das sind wir noch bei einer anderen Geschichte, nämlich, genau, wie man halt damit umgeht, und das würde mir dann auch auf den Sack gehen, aber, ähm, er zieht ja die Schlussfolgerung daraus, oder beziehungsweise, stellt er diese, diese Schlussfolgerung auf, ähm, dass er das Gefühl hat, als hätten die eine Einstellung, dass als Normalität gilt, man ist in einer Beziehung, genau, und dass die damit quasi indirekt nicht akzeptieren, dass es Leute gibt, wie, wie dich, oder wie Ihnen ja offensichtlich auch, die sagen, ey, eine feste Beziehung, passt halt einfach gerade in mein Leben hinein. das ist halt genau. Dieser Schluss kann halt einfach entstehen, weil du selbst, also, dieser Schluss kann halt gar keinen Grund haben, vielleicht, vielleicht hast, machst du diesen Schluss einfach nur, weil du dich da unsicher fühlst, und in deinem Lebensstil eine Bestätigung haben möchtest, was auch völlig in Ordnung wäre, und diese Bestätigung nicht bekommst, weil alle um dich herum anders leben, so, und das ist dann einfach leider tatsächlich dein Problem. Ja, andererseits, wenn sie dir das andere Gefühl geben, mit irgendwas, was sie sagen, dann wäre das ein Ansprechgrund. Und ansonsten, ich habe halt in meinem Freundeskreis keine Leute, die so mit Frauen umgehen. Weil, also, jeder, den ich kenne, jeder, mit dem ich befreundet bin, der weiß, wenn der zu mir kommt, ey, die Bitch, mit der habe ich gerade gesprochen, und die Prüde, hat es wieder irgendwie, hat keinen Bock da drauf. Prüde ist wirklich so ein Wort, was eigentlich im allgemeinen Sprach, Wortschatz selten benutzt wird, oder? Ja, genau, also, deswegen glaube ich auch nicht, dann wären das noch sehr nette Gespräche, wenn sie einfach sagen, die war leider sehr prüde, weil das wäre noch sehr freundlich, das ist dann wirklich so, ah, die Bitch meint sie, weil was Besseres oder sonst irgendwas. Und, also, die Leute in meinem Freundeskreis, auch in meinem größten Freundeskreis, wenn die mit sowas zu mir kommen, sage ich ihnen, ja, vielleicht finden die dich auch einfach nur scheiße hässlich, du Arsch. Da bin ich dann ganz, da bin ich dann ganz pragmatisch, und sage ihr das auch zum Gesicht, weil davon halte ich halt gar nichts. Das ist ein interessanter, eine interessante Vorstellung, wenn dann jemand zu dir kommt, und ich überlege gerade, wie ich dann in diesem Moment, wenn ich eigentlich so indirekt erwarte, dass du das, ja, 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 die hier, Wenn jemand so ein Proleten-Macho-Gehabe mir da, das weißt du ja, also ich weiß ja auch, dass du da auch genauso drauf bist. Also, Proletenhaftes Gehabe, genauso bin ich drauf, dankeschön. Naja, ich weiß ja, dass du genauso drauf bist wie ich. Ich fand es gerade sehr lustig, dass du mir vorwürfst, dass ich Prolet bin, wie schön. Warte, ach, schlug, fick dich. Jeder, der mich halt kennt, und jeder, der mit mir befreundet ist, und das wird ja bei dir genauso sein, der weiß halt, dass das nicht funktioniert, wenn du zu mir kommst und dann dein Macho-Gehabe raushängen lässt, da, nee, das wird nicht klappen. Nee, da wisst ihr Bescheid, wenn ihr Robin mal irgendwo trefft und dann sagt, hier, ich hab mal eine Geschichte für dich, das kommt wahrscheinlich dann nicht so gut. Erzähl mir keine Geschichte, du bist nicht mein Freund. Patreon. Geh mal zu den Lochis. Bruder, Bruder vor Luder, halt die Fresse, Digga. Wo weißt du mal 10 Dollar bei Patreon und schick mir eine Nachricht. Digga, halt den Maul hier, Kauf-Sponge-Boss. Es gibt noch eine Frage, die anonym reinkommt, die geht so ein bisschen in die Richtung, ey, wie habt ihr eigentlich Frauen kennengelernt? Ich hab voll Probleme damit. Ich meine aber, das haben wir schon mal alles, schon mal grob aufgedröselt, wie so unser Ersten etwas. Lest sie mal vor und dann gucken wir und dann, dann. Okay, guten Tag, ihr zwei. Soll ich hier noch die Lobdudelei mitnehmen? Nee. Nehme ich nicht mit. Guten Tag, ihr zwei. wir sind die Besten. Nun aber zum, und Tom auch, Tom wird auch nochmal verhuckt hier. Aber vor allem wir. Aber auch Tom. Vor allem auch wir. Aber das ist unser Podcast, deswegen auch vornehmen wir. Ja. Nun aber zu meiner Frage. Ich habe soeben die 22. Episode eures Podcasts gehört, wo ihr untereinander über panicky dates gesprochen habt. Nun möchte ich noch etwas weiter in die Zeit, in der Zeit zurückgehen. Da ich mit meinen 16 Jahren kurz, ist schön, da ich mit meinen 16 Jahren vor kurzer Zeit mit den ersten ernstzunehmenden Annäherungsversuchen an ein weibliches Wesen, die ich bis jetzt in meinen jungen Jahren noch verbracht habe, so sehr auf Granit gebissen habe, dass ich den Eindruck habe, alle meine Zähne müssen mindestens in tausend Stücke zersplittert sein. Komma, möchte ich euch fragen, Jesus Christ. wie eure ersten Versuche in dieser Richtung aussahen, wann ihr eure erste erste nebene Beziehung hattet und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Also, äh. Immer, wenn ihr Texte schreibt, immer so wenig tun und habe, sondern das immer als aktive Form formulieren. Das war jetzt auch wirklich ein Absatz. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen bin, aber Satzzeichen. Ähm, also, ich halte Szechzehnte auch für, also, wenn ich mal von mir selbst ausschließe, ich bin ein absoluter Spätstarter und mit Szechzehn, ich weiß nicht, ob ich jemals ein Date mit Szechzehn schon mal hatte. Mit Szechzehn war ich, glaube ich, das erst mal betrunken von mir so ein bisschen. Erst mal mit Szechzehn mit mir, das war schon schneller, aber so ein, also, ein Date hatte ich, glaube ich, mit Szechzehn noch keines. Ähm, und das war sogar ganz im Gegenteil, weil ich, es gab sogar mit dreizehn, vierzehn, wo das ja eigentlich bei vielen anfängt, dass man da ein bisschen Interesse gewinnt. Ähm, äh, war bei mir halt so, mit 13, 14 hatte ein, ein, eine Freundin sehr, ähm, also, war sehr deutlich da drin, dass sie Interesse an mir hatte und ich hab halt aktiv gesagt, ich glaube, an die Geschichte erinnere ich mich, wo irgendwie eine Rose ans Fenster oder so steht. Das war eine andere, das war noch jünger. Du hast aber schon Liebes, also einseitige Liebesgeschichten, ohne dass du dabei warst quasi. Die Scheiße, das war halt immer nur, bis ich 14 war oder so und danach war halt damit vorbei. Äh, da hat sich das dann rumgesprochen. Das war eine Kommunion, äh, das war irgendwie, da war ich 10 oder 11 oder so, als man irgendwie dafür die Kommunionskurs hat oder so. Äh, und das war dann später, ähm, wo ich dann auch wirklich sehr, sehr aktiv, wo die versucht hat, mich zu küssen und ich wirklich so, ach, geh weg. Das war, wow. Oh. Ja, das war, ich weiß noch genau, das war doch, die war doch, die war doch, das tut mir gerade so leid. Nee, 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 das ist das Schöne, ich hab da so gar kein so Megaschates gewissen, weil die war halt sehr direkt. Okay. Auch schon mit 14, irgendwie, weiß ich, was war, was war das, 14 war eigentlich schon, das war ja 13, achte Klasse, wie alt ist man in der achten Klasse? Ich hab keine Ahnung. Ich bin total schlecht. In der zehnten Klasse war ich 15, ja, ungefähr 13 war ich da. Ähm, und das war auf dem Schulweg zum Bus, von der Schule zurück zum Bus und wir waren da mit vier oder fünf Leuten beieinander, äh, alles halt so ein Freundeskreis und sie war dann auch da und sie hat dann halt, äh, also auch sehr lautstark, ohne dass das peinlich gewesen wäre, da auf mich eingerinnert, so, ey, jetzt komm jetzt, ich weiß nicht, küss mich mal oder ich weiß nicht, was genau die Formulierung war, aber das war auf jeden Fall, was sie damit meinte, hab mich an die Hand genommen und so und dann halt wirklich versuchte mich zu küssen. Ich hab mich ja aktiv dagegen gewehrt, nicht weil ich sie nicht toll fand, sondern weil ich generell noch die Idee davon fand, äh, zu küssen in der Öffentlichkeit als peinlich empfand. ähm, und ich habe das Gefühl, dass das heute ein bisschen anders, oder das war, ich weiß, das ist auch damals schon anders, das war bei Freunden, ähm, aber bei mir war ich, ich war da allgemein ein Spätschirm, weil schon so ein Jahr später, da hast du mir so, ach, fuck my life, wenn ich daran zurückdenke, so Mist, ähm, aber deswegen sollte man, also erstmal macht er keinen Druck mit 16, mit 16 hatte ich immer das Gefühl, alle um mich rum hatten schon, waren schon auf diversen Gangbanks und, äh, hatten schon, ich übertreibe gerade das Gefühl davon, dass jeder um dich rum schon alle Erfahrungen gemacht hat und sich, und sich, und sich, und sich drohen, ich weiß, rollen jetzt, so langsam, das war mit 14, das war mit 14, dieses Riesenpuzzle, das ich von dir habe, Robin, das ist wirklich so ein Riesenpuzzle, wo dein Gesicht drauf ist und ich setze überall immer wieder so ein Puzzlestück an und sie passen immer perfekt, jedes Mal, wenn du wieder was willst, wieso passt das denn perfekt, das ist ja eine Frechheit, nein, weil das eine, das war jetzt gerade dieses Puzzlestück, was einfach ein Jahr später, so Robin hat sich gewehrt, dass ihn eine Frau geküsst hat, ein Jahr später passiert das, dass er die Polizei ruft, weil irgendjemand Gras raucht, das ist so und dann habe ich halt so Bilder, die du mal gepostet hast, wo du halt noch so, so Linkin Park, äh, Dings, so Emo warst und dann, also wirklich, das sind so, es, es, es ist überhaupt nicht wertend oder so gemacht, ich finde das halt so schön, weil das ist echt, verstehst du? Ja, also nicht, dass du hier irgendwie dir so eine Wunschvergangenheit baust, sondern es ist so, hey, so ist es gewesen, so war es ungeschminkt und Herrgott, du kannst es halt auch nicht ändern, ja, man muss sich halt damit abfinden und man sollte da auch nicht so ganz ernst drauf zurückblicken, finde ich, weil man entwickelt sich dann ja schon so ein bisschen und man ist bei einer anderen Person mit 14, als man heute ist. Ich glaube, warte mal, mit 18, ich glaube, warum wäre er jetzt mit 18? Nee, ich war gerade geistig bei mir, weil ich mein erstes Date hatte, aber ich glaube, ich habe gerade ein richtiges erstes Date, nee, ach doch, 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 ähm, oh Gott, ich verkriege es aber nicht mehr zusammen, anders wahrzeitlich, aber das war so eine, das war die, das erste Mal, dass ich wirklich eine Freundin, also auf dem Papier, wo man so wirklich sagen konnte, ja, wir sind zusammen, das war auch eine Fernbeziehung und wir hatten uns, glaube ich, über irgendwas, über irgendeine Veranstaltung, sowas wie, weiß ich nicht, Campen irgendwo, irgendeine Jugendzeitveranstaltung oder sowas, nicht in Counter-Strike oder sowas. Nee, es ist so ein Ortsname, ich war gerade vor dem Thema. Ach so, nee, nee, also beim Zelten, sagt man glaube ich, beim Zelten, sowas war das irgendwie, so eine Jugendfreizeitsgeschichte und das war so, dadurch, dass das so eine, so eine, ja, Entfernungsbeziehung war, so eine Fernbeziehung, haben wir uns auch sehr selten gesehen und dann ist natürlich zu sagen, ja, wir sind halt zusammen, waren wir auch so, war alles, war eigentlich alles geklärt und fanden uns auch irgendwie toll und so, aber das hat halt ewig gedauert und dann hat man sich immer gegenseitig mal so besucht und dann weiß ich, oh, das war richtig, oh, 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 ich weiß es nicht mehr, es muss irgendwas 16, 17, 18, also schon sowas in dem Bereich gewesen sein und dann weiß ich, dass sie mal zu Besuch war und wir hatten uns bis dato nicht geküsst und dann war es so, dann wollte sie, habe ich sie zum Busbahnhof gebracht und dann war es so von beiden Seiten so, okay, jetzt, jetzt, jetzt schnell, weil selbst wenn es ganz furchtbar wird, ist es danach weg, ist es sogar, und dann sind wir beide so ein bisschen überhektisch und wirklich mit den Zähnen so zusammengestoßen und das war, das kennt aber jeder, ja, aber das war so ein, so ein Geräusch, ja, dieses Klonk und, und keiner wusste und sie hat sich umgedacht und ich habe noch so gehört, oh Gott, und sie ist dann weggegangen und ich war so, hä, hä, ungedreht gegangen und das war dann mein erster romantischer Kuss und ich glaube, das ist, das war mein, mein besser Wurz auch nicht Moment, nee, da ist auch nicht mehr viel mehr draus geworden. Und noch heute reibst du dir die Vordersehne an, die Vordersehne deiner Freundin und denkst du, das so küsst man. Ah ja, jetzt wird mir auch gerade so ein bisschen heiß, wenn ich dran denke, das ist so dieses, dieses vergrabene Gefühl, der, oh, das war ein unangenehmer Moment, ja, ja, aber das war auch relativ spät dann tatsächlich. Also deswegen möchte ich halt nur bezogen, mach dir selbst da überhaupt gar keinen Druck, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass alle um dich rum die exakt die gleichen Gefühle haben und, äh, geh da, also er zwingt nicht. Nee, also er zwingt erstens sowieso nicht und auch nicht so tun als ob, also das ist glaube ich auch so ein Ding, wenn, wenn du dann irgendwie mal jemanden kennenlärst und so, versuch nicht einen auf, ja, ja, ich habe auch schon 13 Beziehungen gehabt oder sowas, aber ich finde es, äh, rückblickend ist es eigentlich sehr schlau da, sehr, sehr, äh, das klar ab einem bestimmten Punkt dann auch mal gesagt zu haben oder so, das, ähm, das nimmt einfach ganz viel raus und das muss einem auch wirklich nicht peinlich sein, weil irgendwann ist es immer die erste Beziehung. Es kann auch sein, dass dann irgendwie, mit dem du dann zusammenkommst, da du schon mehr Beziehungen gehabt hast oder so, ähm, und gerade dann ist es, finde ich, äh, glaube ich, sehr hilfreich, frühzeitig zu sagen, ey, du, ich wollte nur sagen, du bist jetzt meine erste Beziehung oder was auch immer oder so, das, das, ähm, nimmt, glaube ich, viel, viel Seltsamkeit raus im späteren Bereich. So, und wie gesagt, man muss sich echt für nichts schämen, du kommst, glaube ich, ganz schnell in das Alter, wo du, wo du realisierst, dass es kompletter Bullshit ist, äh, sich da irgendwie messen zu wollen und so und so irgendwas, das ist alles, alles Quatsch. Ja, aber, ähm, oh Gott, jetzt halte ich die ganze Zeit diesen, diesen Busbahnhof, die Szene im Kopf, da ist ganz, ich weiß überhaupt nicht, was, äh, muss man eigentlich noch mal rausfinden, was aus der geworden ist. Finde ich gerade irgendwie interessant. Einfach nur diese Vorstellung. Ja. Ich habe auch wirklich so diese, diese Hollywood-Szene vor, wo dann der Kuss kommt und hört man, wenn die Musik, die Musik schwitzt, so an, dann geht ich immer, hör man nur Klang. Ja, also im Nachhinein ist das schon irgendwie, ich weiß auch nicht, ob jetzt irgendjemand beobachtet hat bei, das ist auch von der anderen Seite. Oh, wenn ich das sehen würde, wäre mir auch so von weit weg schon so, aber an der Straße, da sitzen die Leute da auf der, bei der Bushaltestelle mit Kopfhörer im Ohr und sich, was weiß ich für ein Geräusch. Ist da ein Auto aufeinander geknallt? Was ist da los? Oh Gott, sind Leute aus dem Auto ausgestiegen, ums Auto rumgegangen und geguckt, was da los ist, ja. Ich hatte ein Autounfall, die wollten doch nur küssen. Ja, 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 aber es ist ja auch wieder irgendwie, ich glaube, wir sind so die, ob das bei allen oder bei vielen so ist, dass das relativ spät stattfand und alle irgendwie davon ausgingen, dass das spät war. Es gibt einfach beides, also ich kenne auch Leute, die, wie gesagt, die kenne ich halt nur, dass sie mit Leuten zusammen waren, auch mit 14, die seitdem nur Beziehungen hatten und die in Sicherheit auch mit 15 schon den ersten Sex hatten. Ja. Also das gibt's genauso, aber man sollte sich da wirklich nicht, also es gibt da keine Normalität. Es gibt Statistiken, die eine, ein statistisches Alter ausrechnen dafür, wann der erste Kuss ist, wann der erste Sex ist und so weiter und so fort, aber das ist nicht gleichgesetzt mit Normalität, weil diese Statistiken gibt's halt, weil der eine mit 12 und der andere mit 25 das erste Mal Sex hat und beides ist gleich normal, aber normal ist dann halt die Statistik, die dann in der Mitte sich statt nicht sich findet. Deswegen, man sollte da echt nicht, sich in keiner Form einfach von leiten lassen, sondern einfach rausfinden, wann das für dich selbst am besten ist. Ja, und es ergibt sich ja auch, es ist ja nicht so, dass man es planen kann. Also sagst du, dieses Jahr aber, und dann auf Teufel drauf, es klappt auch nicht. Mein Vorsatz. Nee, das ist das sowieso, auch eine Sache, die ich für mich gelernt habe. Mein Jahresvorsatz für dieses Jahr ist mein erster Kuss, Mats. Echt? Ja, also komm her. Was war denn das, was wir sonst immer, das war kein Kuss für dich oder was? Das ist aber auch fies. Der Witz funktioniert gar nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist total daneben jetzt auch. Das war eine gute Beleidigung, ehrlich gesagt. Gute Beleidigung, aber nicht so. Ich glaube, wir sind grob durch, wa? Ja, sind wir grob durch, ich weiß nicht, wie lange haben wir. Ja, so sind wir jetzt bei den knapp 90 Minuten, sind wir fast durch. Das passt doch ganz gut. Wenn ihr Fragen habt. Wir brauchen Fragen. Ich wollte gerade sagen. Wir haben kein großes Fragen-Kontingent mehr, Leute. Wir haben letzte Woche nicht sehr viel zugeschickt bekommen. Wir haben noch ein paar Fragen, aber jetzt glaube ich, gerade so Anfang, zweite Staffel, da müssen die Leute reinhören, um das Konzept auch so ein bisschen zu fühlen. Was das hier eigentlich ist. Das ist alles auch neu und frisch. Richtig, richtig, richtig. Was sind das für zwei Leute, die da irgendwie reden? Früher haben sie doch geredet und jetzt reden die. Aber wie gesagt, hiermit der Aufruf, schickt uns sehr, sehr gerne wieder eure Fragen. Wenn sich rausstellt, es kommen halt keine mehr, dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Aber wie gesagt, jetzt werden wir durchaus dankbar, wenn wir wieder ein paar Fragen reintrudeln. Wie gesagt, am besten ist tatsächlich Mail, diratschen.gmail.com, Twitter ist auch sehr schön, Twitter-Tirazern. Weil das hast du am Anfang schon gesagt, ne? Das habe ich wirklich. Ja, ja, weil, weißt du, ich habe mich gerade eingerannt, weil du sagst, Mail wie Mehl. Und ich habe schon am Anfang gedacht, dass du, da würde ich erst einen Mail-Witz machen. Ach so, das ist wie, ich sage auch, Mehl-Gibsen. Jetzt überzogen sage ich auch oft Kirche. Nicht Kirche, sondern Kirche. Hm, Kirche, ich sage Kirche. Ja, so. Genau, ask.fm.com, plattdeutsch. ask.fm.com, auch da könnt ihr uns kurze Sachen schicken. Okay. Da würden wir uns sehr drüber freuen, denn ansonsten sieht es mit der dritten Staffel. Oh, 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 oh. Wird schwierig. Kritisch, 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 kritisch. An der Stelle darf ich auch noch drauf hinweisen, dass wenn euch zum Beispiel Videospiele sehr interessieren und ihr euch fragt, ey, was halten denn diese zwei Dudes von der Nintendo Switch oder so, guckt auf jeden Fall mal bei Hooked vorbei. Es ist eigentlich hookedmagazin.de ist die Adresse, nicht wahr? Korrekt. Das ist nämlich die besagte Firma von Herrn Robin Schweiger zusammen mit Thomas Golke. Die machen ein Videospielmagazin quasi primär in Videoform. Und die könnt ihr dann auch finanziell da unterstützen. Ich mache auch irgendwas, Superkreuzburg nennt sich das bei YouTube, wir machen auch so ein bisschen Video auch da. Wenn ihr denn wollt, könnt ihr uns da gerne finanziell unterstützen. Wir haben beide Patreon-Kampagnen. Aber wenn ihr sagt, nee, dann schickt uns einfach eine Frage. Schickt uns Geld oder Fragen, bitte. Geld oder Fragen. Ab jetzt, wenn du noch Fragen beantwortest, die auch Patreon unterstützen, bei Hooked oder? Das ist eine Idee. Oh, das wäre so richtig. Eine Idee ist es. Ja, aber keine. Wow. Das ist eine Idee. Boah, würde ich mir erstmal eine scheiß Frage schicken, wenn ich das selber machen würde. Stimmt, wir können uns gegenseitig Fragen schicken, weil wir so wollten ja bei euch. Also wenn gar nichts mehr kommen sollte, dann machen wir auf jeden Fall noch eine Folge, wo wir uns gegenseitig Fragen stellen, die wir uns schon immer mal stellen wollten. Die Sache ist, wir wissen relativ viel übereinander. Das heißt, das waren richtig private Fragen, die ich glaube ich nicht in der Öffentlichkeit ausdiskutieren wollen würde. Was hältst du eigentlich von Donald Trump? Das möchte ich nicht sagen. Meine politische Meinung hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Nee, das stimmt. Du bist ja auch mal sehr bedeckt. Ja, ich halte das für das Trend. Das ist schwierig, ja. Wenn Donald Trump Mitglied der AfD wäre. Naja, wäre. Ehrenmitgliedschaft. Ehren-Doktortitel. Ja, ich glaube, das war's. Wir sind durch für diese Woche. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Schickt uns fleißig Fragen. Du schicke Schuhe an. Sind die neu? Darf ich da ganz kurz noch eine Geschichte zu erzählen? Gerne. Weil ich hatte zwei Paar Schuhe, zwei Paar Winterschuhe und dann ist mir ein Paar, sind so vorne die Sohlen einfach abgegangen an einem Tag und dann dachte ich, oh, die 50 Euro, die ich hier investiert habe nach irgendwie einem halben Jahr, sind wir nicht so geil. Aber der Mats ist ja schlau, der hat ja noch ein altes Paar Winterschuhe im Schrank und dann hole ich die so raus und gucke, dass da hinten die Sohle abgegangen ist. Und ich habe mich in dem Moment auch daran erinnert, dass ich der hingestellt habe und gesagt habe, ja, schmeißt du irgendwann weg oder machst du irgendwas oder so. Und dann, weil ich überhaupt keinen Bock hatte auf Schuhe kaufen und auch irgendwie arbeitstechnisch sehr, sehr viel, mich mit den Lochenschuhen beschäftigt habe, hatte ich keine Lust mehr am Leben. Und dann hat mir meine Freundin, meine Freundin hat mir da einfach einen Link geschickt von einem Versandhaus, wo die Schuhepaar war. Also irgendwie, hier, Größe 46, passt bestimmt irgendwie. Und ich habe innerhalb von 30 Sekunden die dann einfach bestellt. Ich habe auf nichts geachtet, nur geguckt, was die ungefähr kosten und auch wirklich, wirklich nicht angeguckt, wie die aussehen. Einfach nur bestellt und dann waren sie jetzt irgendwie vorgestern da und ich bin relativ glücklich, dass sie passen und nicht so scheiße aussehen. Also es ist keine Rennstreifen. Also, wie gesagt, meine Freundin hat einen hervorragenden Geschmack, deswegen habe ich mich da sicher in Sicherheit gewiegt. Aber so kaufe ich mittlerweile einen. Ja. Ich habe meine Schuhe, glaube ich, 25 Euro gekostet. Die sehen auch so aus, aber die sind auch schon ein Jahr alt. Ich habe mir vor einem Jahr halt irgendwie drei Schuhepaare für jeweils, für zusammen 60 Euro gekauft irgendwann. Und ich habe noch nie in meinem Leben mehr als eins gleichzeitig besessen. Deswegen war das so sehr, sehr krass. Und jetzt, ich bin jetzt vor zwei Wochen, und es ist mein zweites kaputt gegangen. Deswegen bin ich jetzt halt beim dritten angekommen. Aber Moment, die hattest du noch nie an, bist da? Nee, die habe ich jetzt vor... Ach, du hast hier drei Paar Schuhe angeguckt und hast halt immer nur einen packen. Ja, genau. Das ist ja eigentlich, das ist ja voll gut. Das ist echt gar nicht schlecht. Ich dachte, du hast die immer so unterschiedlich. Ja, die auch vor, aber irgendwie habe ich dann einen halt eingelaufen und dann wollte ich den anderen einlaufen. Verstehe ich, verstehe ich. Und die sehen halt da nichts aus, aber sie sind halt gemütlich und deswegen reicht mir das. Ich finde schön, wie pragmatisch wir einfach auch sind. Und das ist nicht hier mit Etepetete und Blasern, sondern ich kaufe mir irgendwelche Schuhe, hauptsache pass, weil ich keinen Bock habe. Und du hast einfach welche, weil du hast die mal gekauft. Wie schön. So, das war's. Wir wünschen einen schönen Restwinter. Das nächste Jahr. Bis zur dritten Staffel. Nein, bis nächste Woche. Dann ist, glaube ich, schon Februar. Übernächste Woche, dann ist schon Februar, glaube ich, oder sowas. Kann gut sein. In 14 Tagen. Bin mir nicht sicher. Das Jahr ist auch schon bald wieder. Okay, gut, bis dahin. Tschö, tschö. Tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö.